So, Herr Demir, jetzt habe ich Ihnen schon sehr viel über unser Seniorenheim erzählt. Ich möchte Sie gerne noch über ein paar Arbeitsabläufe in unserer Wohneinheit informieren. Ja, sehr gerne. Der Austausch im Team ist uns sehr wichtig und dementsprechend gestalten wir die Übergaben zwischen unseren drei Dienstschichten. Die Übergabe von der Früh an die Spätschicht ist die Kernübergabe. Die ist um 15 Uhr und wir planen über eine halbe Stunde ein, damit wir Zeit haben, uns über jeden einzelnen Bewohner und jede einzelne Bewohnerin unserer Wohneinheit auszutauschen. Wir versuchen, die Übergaben immer durch eine Person in Bereitschaft möglichst störungsfrei zu halten. Das heißt, eine oder einer von uns ist auf Abruf. Wenn es etwas zu tun gibt, dann findet die Besprechung weiter statt und nur diese eine Person verlässt das Zimmer. Mhm, verstehe. Das ist gut, dann verpasst man weniger. Richtig. Ihnen als ausgebildete Pflegekraft brauche ich nicht zu sagen, wie wichtig gute Kommunikation unter uns Mitarbeitern ist. Wenn Informationen fehlen oder unvollständig sind, dann kann das unseren Bewohnerinnen und Bewohnern schaden. Ja klar, das stimmt. Wie lange vorher weiß ich, in welcher Schicht ich eingesetzt bin? Ich schicke die vorläufigen Dienstpläne immer sechs Wochen im Voraus an alle Beschäftigten. Soweit es geht, versuche ich Wünsche zu berücksichtigen. Wenn Sie also mal für eine Nachtschicht eingeteilt sind und Sie haben aber am nächsten Tag Geburtstag oder sowas, dann können Sie gerne tauschen. Das hört sich gut an. Natürlich immer in Rücksprache mit mir. Eine Woche vorher steht der Dienstplan fest und darf nicht mehr geändert werden. Okay, gut. Soweit ist alles klar. Die Übergabe von der Nachtschicht. Guten Tag, Beate Richter hier vom Küchenhaus in der City. Ich rufe wegen Ihrer kleinen Werbegeschenke für Kunden an. Sie meinen unsere Werbeartikel? Ja genau, die Werbeartikel. Wir haben 30-jähriges Jubiläum und wollen unseren Kunden zu diesem Anlass bei jedem Kauf ein kleines Geschenk mit unserem Namen drauf mitgeben. Das ist eine gute Idee. Woran haben Sie gedacht? Wir wollen etwas Nachhaltiges. Sie meinen etwas, das nicht so schnell kaputt geht? Genau. Unsere Kunden sollen uns ja lange und gut in Erinnerung behalten. Was würden Sie uns da vorschlagen? Wie viel wollten Sie denn ausgeben? Es darf schon ein bisschen was kosten. Und es muss zu unserem Geschäft passen. Ja, da haben wir eine breite Auswahl. Haben Sie denn schon auf unsere Webseite geschaut? Nein, ich wollte mich persönlich beraten lassen. Aber ich rufe die Seite gerade auf. Hm. Was gut zum Sortiment eines Küchenstudios passen würde, sind zum Beispiel die Café Thermobecher Piccolino mit buntem Deckel für 98 Cent ab 100 Stück. Die sind weiß und ihr Name wäre in der Farbe des Deckels aufgedruckt. Das hört sich gut an. Dann schaue ich mir das jetzt in Ruhe auf Ihrer Webseite an und melde mich dann. Bevor wir eine Bestellung aufgeben, müssen wir im Lager Platz schaffen. Alles klar, Frau Richter. Wenn es Ihnen besser passt, können Sie dann auch gleich über unsere Webseite bestellen. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. So, Herr Leopold. Dann machen wir gleich mal einen Rundgang. Ich möchte Ihnen auch kurz den Videokonferenzraum und die Materialausgabe zeigen. Sehr gerne. Was man da so generell macht, damit bin ich ja vertraut. Aber in jeder Firma ist das ja auch ein bisschen anders. Mhm. Sie sind ja kein Berufsanfänger. Das hat schon Vorteile. Bei uns ist allerdings anders, dass wir ein nachhaltiger Betrieb sein wollen und auch so handeln. Das finde ich sehr spannend. Wie genau macht sich das denn bemerkbar? Hier ist der Videokonferenzraum. Wir schalten mehrmals in der Woche eine Konferenz, um uns mit unseren Standorten in Bonn, Berlin, Brüssel und Basel abzusprechen. Wir sparen damit viele Flugreisen. So ganz vermeiden können wir Dienstreisen aber leider noch nicht. Aber man könnte ja nach klimaneutralen Alternativen suchen. Mit der Bahn kommt man ja auch mittlerweile überall gut hin. Ich sehe schon, Sie denken mit. Das müssen Sie dann im Einzelnen mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klären. Das gehört auch zu Ihren Aufgaben. Manchmal sind die Termine sehr kurzfristig. Und was gehört bei den Videokonferenzen zu meinen Aufgaben? Sie helfen bei der Vorbereitung von Präsentationen und unterstützen bei den Recherchen. Unsere Akten werden gerade eingescannt und digitalisiert und stehen größtenteils schon als E-Akten zur Verfügung. Und muss ich mich bei den Konferenzen um die Bewirtung kümmern? Nur in Ausnahmefällen. Da bringt sich jeder eigentlich Ihren oder seinen Kaffee mit. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört, dass Sie vor den Meetings die Technik vorbereiten, damit dann auch alles läuft. Na, das bekomme ich hin. Bestimmt. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch die Materialausgabe. Ich nehme an, auch hier spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Ja, definitiv. Sie sammeln die Wünsche der Kolleginnen und Kollegen. Lennart, schön, dass ich dich treffe. Ich wollte dich heute anrufen. Hi, Grit. Was gibt's? Du hast doch gerade eine berufsbegleitende Weiterbildung angefangen. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, wie es läuft. Ich überlege mir nämlich, neben dem Job auch was zu machen. Woran denkst du da? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was es gibt. Ich würde mich gerne irgendwie weiterqualifizieren, um in der Firma schneller voranzukommen. Hm. Dann solltest du erst mal darüber nachdenken, wozu du eine Weiterbildung machen willst, was du hier im Betrieb damit erreichen willst. Da gibt es ja viele Angebote. Aber was dich dann hier voranbringt… Wahrscheinlich hast du recht. So, Feierabend, Kollegen. Kommt noch jemand mit was trinken? Ja, klar. Sehr gerne. Tut mir leid. Ich kann nicht. Ich muss was erledigen. Was jetzt? Mina, es ist 18 Uhr. Ja, ich weiß. Aber ich mache doch diese Zusatzqualifizierung und muss mich noch vorbereiten. Hast du da jeden Tag Unterricht? Nein, nur mittwochsabends und am Wochenende. Trotzdem ganz schön viel, oder? Lohnt sich das? Naja, irgendwas muss ich dafür immer machen. Sport machen und Freunde treffen kann ich da tatsächlich nicht mehr. Ich brauche jede Minute zum Lernen. Na, wenn es dich dann weiterbringt? Schade trotzdem. Bis Montag dann. Billy, da bist du ja endlich. Warum kommst du so spät? Ich hatte noch ein Vorstellungsgespräch. Was? Du willst bei uns in der Firma aufhören? Es ist noch nicht offiziell. Aber ja, ich sehe keine Entwicklungsmöglichkeit mehr. Wie meinst du das? Dass du hier nicht befördert wirst? Naja, ich habe zwei Jahre neben meiner Arbeit hier in der Firma in meiner Freizeit ein Fernstudium gemacht und mich zur Leitungskraft qualifiziert. Aber hier wird das nicht anerkannt. Ich bin ja nicht mehr Teamleiterin. Du hast gedacht, dass du nach deinem Studium gleich eine Stufe auf deiner Karriereleiter hochkletterst? Ja, ich habe gedacht, das geht schneller. Sag mal, liebe Kollegin. Ich habe gehört, du machst eine Online-Weiterbildung? Ja, aber mit dem Job und der Familie. Alles nebeneinander hinzubekommen, ist anstrengender, als ich gedacht habe. Tatsächlich? Aber du kannst dir doch die Zeit einteilen und lernen, wann du Zeit hast. Du sitzt mit einer Tasse Kaffee in der Hand, bequem im Sessel, vor dem Monitor. Ja, genau so ist es. Naja, es stimmt schon, dass man zeitlich etwas flexibler ist. Aber trotzdem brauche ich dann Ruhe und muss absprechen, wer so lange auf die Kinder aufpasst. Aufgaben muss ich natürlich auch machen und irgendwas kommt immer dazwischen. Das hört sich ja richtig nach Stress an. Ist es auch. Guten Tag und hallo alle zusammen. Wie Sie wissen, haben wir uns entschlossen, unsere alte mechanische Schließanlage, die bei Gründung der Firma vor 38 Jahren eingebaut wurde, gegen eine elektronische Schließanlage auszutauschen. Wir sind in den letzten Jahren gewachsen, größer geworden und unsere Ansprüche an eine Schließanlage sind gestiegen. Das heißt, dass wir bald keine Schlüssel mehr haben? Stimmt. Schlüssel und Schlösser, so wie wir sie bisher verwendet haben, wird es nicht mehr geben. Alle Mitarbeiter erhalten eine Schließkarte im Checkkartenformat, also eine Plastikkarte mit Chip, die wie ein Schlüssel funktioniert und mit der sie so einfach wie bisher alle Türen öffnen, bis sie an ihren Arbeitsplatz gelangt sind. Ist das denn nötig? Das ist doch bestimmt alles aufwendig. Ja, das ist richtig. Der Umbau wird einige Zeit dauern und ist natürlich auch mit einigem Aufwand verbunden, das ist uns bewusst. Aber das ist es uns auch wert, denn so eine Schließanlage erhöht die Sicherheit auf dem ganzen Gelände. Durch die Schließkarte wird festgehalten, wer gerade wo in den Geschäftsräumen ist. Das konnte ein Schlüssel nicht leisten. Außerdem können sie Geld auf die Karte laden und damit mittags in der Kantine ihr Mittagessen bezahlen. Ach, das ist ja praktisch. Und wenn man die Chipkarte verliert? Auch das ist dann viel unkomplizierter zu lösen als vorher, denn es müssen nicht mehr alle Schlösser ausgetauscht werden. Wenn man das alles einrechnet, dann wird klar, warum wir uns trotz der nicht geringen Kosten für den Einbau der neuen Schließanlage entschieden haben. Aber müssen diese Chipkarten dann nicht irgendwie personalisiert werden? Es ist so. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten mit ihrer Chipkarte natürlich die Zutrittsberechtigung zur Firma. Das heißt, sie dürfen mit ihrer Chipkarte die Haupteingangstür und alle Türen zu den Bereichen, in denen sie arbeiten, öffnen. Zum Beispiel Sie, Frau Zündmann, sind Assistentin der Geschäftsführung. Wie bisher mit ihrem Schlüssel, nur jetzt mit der Schließkarte, kommen sie in ihr Büro und ins Büro der Geschäftsleitung. Ebenso haben sie Zutritt zu allen Konferenzräumen. Aber sie kommen mit ihrer Karte zum Beispiel nicht in die IT-Abteilung, weil sie nicht dort arbeiten. Auch nicht in die Küche oder ins Lager. Diese Türen können wie bisher nur von den entsprechenden Mitarbeitenden geöffnet werden. Wenn es bis hier keine Frage gibt, möchte ich Ihnen jetzt sagen, was Sie tun müssen, um Ihre Berechtigung zu bekommen. Sie geben Ihre Schlüssel in der Personalabteilung gegen eine Quittung ab und man prüft, wo Sie arbeiten und für welche Bereiche man sie freischalten muss. Diese Zugangsberechtigung wird an die IT-Abteilung geschickt und dort können Sie sich dann Ihre aktivierte, personalisierte Schließkarte gegen eine Unterschrift abholen. Ganz einfach. Was ist, wenn ich meine Chipkarte verliere oder sie kaputt geht? Da müssen Sie sich schon anstrengen, um die Karte kaputt zu machen, Herr Huber. Die Karte ist ziemlich dick und stabil. Aber wenn Sie Ihre Karte verlieren oder Sie es doch schaffen, sie zu beschädigen oder auch, wenn Sie eine Karte finden, die jemand anderes verloren hat, dann setzen Sie bitte umgehend den diensthabenden Mitarbeiter am Empfang in Kenntnis. Der Empfang ist rund um die Uhr besetzt und die Karte wird dort sofort deaktiviert. Die Ausstellung einer Ersatzkarte geschieht dann wieder in der IT-Abteilung und ist gebührenpflichtig. Sie haben am Anfang gesagt, der Einbau dauert etwas. Wann soll das überhaupt alles stattfinden? Ja, richtig. Das kann sich alles bis in den Januar ziehen, auch wenn es schon Mitte Dezember losgeht. Eine Firma, die auf Daten- und Kommunikationstechnik spezialisiert ist, wird dafür ins Haus kommen. Für die Übergangsphase verstärken wir nicht nur den Sicherheitsdienst, sondern schulen auch neue Mitarbeiter für den Empfang, damit sie keine Schwierigkeiten haben, ins Haus zu kommen. Dann komme ich jetzt dazu, wie wir es regeln wollen. Guten Tag, Ava Schneider hier. Ich interessiere mich für den Büroraum in der Thüringer Straße 12. Sie schreiben, dass es Tiefgaragenplätze gibt. Kosten die extra? Bevor ich mich entscheide, muss ich auch wissen, ob das Gebäude barrierefrei ist. Ich bin Rollstuhlfahrerin und brauche ein Büro, das für mich gut zugänglich ist. Und noch etwas. Sehr wichtig ist für mich auch, die Möglichkeit, Besucher zu empfangen. Gibt es einen geeigneten Besprechungsraum und eine Teeküche? Könnte mein Geschäftspartner sich den Raum heute noch ansehen? Das wäre... Hey Anna, du, ich stehe gerade im Elektromüller und wollte die Kaffeemaschine holen, die wir für Vanessa und Metin als Hochzeitsgeschenk ausgesucht hatten. Die gibt's aber nicht mehr und wir müssten eine andere nehmen. Das Nachfolgemodell kostet 30 Euro mehr. Das wäre doch bezahlbar, oder? Dann reicht es aber nicht mehr für diesen Milchaufschäumer, der wie eine Kuh aussieht, den du so gerne dazu wolltest. So viel Geld haben wir nicht gesammelt. Ja komm, ich mach das jetzt so, sonst müssten wir alle nochmal um ein paar Euros bitten. Hallo Kollegen, hier ist euer Chef. Wir hatten heute Morgen eine Hygienekontrolle bei uns im Gastronomiebereich des Hotels. Es war alles okay, bis auf ein paar Kleinigkeiten. In der Herrenumkleide war Staub auf den Umkleideschränken und im Damenumkleidebereich war der Fußboden zu schmutzig. Wenn euch da in Zukunft was auffällt, sagt mir bitte gleich Bescheid. Sowas muss ja nicht sein. Für die Küche wurden wir gelobt. Was aber negativ auffiel, war die fehlende Kennzeichnung mancher Zusatzstoffe auf der Speisekarte. Das korrigiere ich gleich und einer von euch bringt die Datei dann bitte in den Copyshop. Hi Susi, Hanin hier. Ich bin schon oben im Konferenzraum. Hat alles wunderbar geklappt. Es fehlen aber noch ein paar Sachen und du kommst ja sowieso gleich rauf. Den Sitzplan habe ich, aber nicht die Tischkarten. Kannst du die bitte ausdrucken? Der USB-Stick mit den Vorlagen ist irgendwo auf meinem Schreibtisch oder steckt im PC. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich habe gerade die Anlage und den Projektor überprüft. Nur das Mikrofon musste ich austauschen. Jetzt ist alles okay. Kaffee und Tee sind unterwegs. Die Kekse habe ich aus der Cafeteria mitgebracht. Guten Morgen. Sudmeier von der Fleischerei Müller. Sie haben bei uns für Ihr Betriebsfest Würste bestellt. Ich muss da leider noch einmal nachfragen. Die Würste gibt es dick oder dünn und normal oder scharf. Welche wollen Sie? Alle Sorten kosten gleich viel. Ich möchte Sie auch noch auf ein Angebot aufmerksam machen. Unsere Grillsoßen. Die Flasche kostet 5 Euro. Zwei Flaschen kosten 8 Euro. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Interesse haben. Noch eine Bitte. Sagen Sie uns wegen der Würste bitte heute noch vor 17 Uhr telefonisch Bescheid. Mein Name ist Sudmeier. S-U-D-M-E-Y-E-R Meine Telefonnummer ist 0 761 92 45 03 Ach, jetzt hätte ich es fast vergessen. Bis wie viel Uhr sollen wir liefern? Ich begrüße Sie zur Prüfung. Ich heiße Pierre Mayer und das ist meine Kollegin Katharina Siebenmorgen. Hallo. Die Prüfung hat drei Teile. Im ersten sprechen Sie über ein Thema, das Sie auswählen. Im zweiten Teil führen Sie ein Gespräch unter Kollegen und im dritten Teil müssen Sie gemeinsam Lösungswege diskutieren. Würden Sie sich zu Beginn bitte kurz vorstellen. Guten Tag. Ich bin Olga Guseimova und komme aus Russland. Ich lebe seit drei Jahren mit meiner Familie hier in Deutschland. In Russland war ich Assistentin der Geschäftsführung. Danke. Und Sie? Hallo. Mein Name ist Özden Gül. Ich bin seit ungefähr dreieinhalb Jahren in Deutschland. Ich habe in der Türkei Informatik studiert und mehrere Jahre als Programmierer gearbeitet. Vielen Dank. Dann kommen wir zur eigentlichen Prüfung, zu Teil 1a. Herr Gül, fangen Sie bitte an. Hier sind zwei Themen zur Auswahl. Suchen Sie sich ein Thema aus und sprechen Sie darüber. Ja, danke. Ich möchte gerne einen Arbeitgeber beschreiben, für den ich gearbeitet habe. Mhm, bitte. Ich habe Informatik studiert und bin Programmierer von Beruf. In Ankara habe ich bei einem großen internationalen Unternehmen in der IT-Abteilung gearbeitet. Dieses Unternehmen möchte ich beschreiben. Das Unternehmen ist ein Zulieferer für die Automobilbranche, das Bauteile für Lastkraftwagen herstellt, wie zum Beispiel Schrauben, Verbindungsteile und so weiter. Die Sprachen in der Firma waren türkisch, aber auch englisch. Und da ich Türke bin, spreche ich natürlich türkisch. Englisch habe ich in der Schule gelernt. Deshalb hatte ich also auch keine Probleme mit der Sprache. Das Unternehmen hat 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Ländern. Die Abteilungen sind so, wie in allen großen Firmen, Personalabteilung, Produktion, Vertrieb, Qualitätsmanagement. Ich möchte hier genauer über die IT-Abteilung bei meinem Arbeitgeber sprechen. Meine Aufgabe bestand darin, die Arbeitsplätze für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzurichten, sodass sie sofort mit der Arbeit anfangen konnten. Wir mussten die Computer personalisieren und außerdem auch bei Problemen helfen. Wir haben in unserer Abteilung aber auch Programme für Maschinen entwickelt, mit denen Abgas reduziert werden konnte. Das Unternehmen hat viel Geld in grüne Technologie investiert und auch auf dem Gebiet geforscht. Das Besondere an unserem Unternehmen war, dass es viele Weiterbildungen zum Thema gab. Ich habe regelmäßig Veranstaltungen im IT-Bereich besucht. Auch sonst hat die Firma das Umweltbewusstsein von uns Mitarbeitern sehr gefördert. Ich fand das toll. Vielen Dank, Herr Gühl. Sie haben gesagt, dass eine Ihrer Aufgaben in der IT-Abteilung darin bestand, Computer zu personalisieren. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also das fing bei der Hintergrundfarbe des Bildschirms an, die in meinem Unternehmen hellblau war und ging bis zu den Programmen, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin für ihre Arbeit benutzen musste. Im Einkauf braucht man ja zum Beispiel andere Programme als im Vertrieb. Deshalb war das für die eine Abteilung so und für eine andere Abteilung anders. Das Ziel war aber immer gleich. Durch das Personalisieren soll dem Nutzer, also der Person, die am Computer sitzt, die Arbeit erleichtert werden. Ja, und dadurch, dass ich meine Arbeit überall gemacht habe, habe ich ganz viele Abteilungen und Kolleginnen und Kollegen auch persönlich kennengelernt. Das fand ich besonders schön. Sie erwähnten auch, dass das Unternehmen das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter gefördert hat. Können Sie das etwas näher erklären? Ja, gern. Wir hatten zum Beispiel eine Kantine, in der es keine Einmalverpackungen und nur Pfandflaschen gab. Da und in der Cafeteria wurde kein Plastikgeschirr oder Besteck verwendet. Wir hatten natürlich auch energiesparende Bildschirme und Computer. Danke, Herr Gühl. Frau Guzajmova, könnten Sie mir nochmal erläutern, was Herrn Gühl an seiner Aufgabe besonders gut gefallen hat? Ja, gerne. Also, Herr Gühl hat in der IT-Abteilung gearbeitet. Und er hat berichtet, dass er die Computerarbeitsplätze für Mitarbeiter eingerichtet hat, indem er die Programme, die sie gebraucht haben, installiert hat. Durch diese Arbeit hat er sehr viele Mitarbeiter und fast alle Abteilungen seiner Firma kennengelernt. Ich hatte den Eindruck, dass ihm das besonders gut gefallen hat. Das und auch, dass sein Arbeitgeber umweltfreundlich gedacht und gehandelt hat. Vielen Dank. So, dann sprechen Sie jetzt bitte über ein Thema. Hm, ich spreche darüber, worauf es bei einem Bewerbungsgespräch hier in Deutschland ankommt. Auf dem Gebiet habe ich schon Erfahrung gesammelt. Und außerdem komme ich aus Russland. Und es ist in meiner Heimat eigentlich genauso wie hier in Deutschland. Wenn man ein Bewerbungsgespräch hat, muss man sich gut darauf vorbereiten. Man wird zu Beginn immer gefragt, ob man sich kurz vorstellen kann. Das kann man zu Hause üben. Typische Fragen am Anfang sind zum Beispiel, warum haben Sie sich gerade bei uns beworben? Warum wollen Sie Ihre Stelle wechseln? Später im Vorstellungsgespräch werden dann Fragen gestellt, wie, wo man sich in fünf Jahren sieht oder was die eigenen Stärken und Schwächen sind. Als Bewerber oder Bewerberin muss man sich natürlich sehr gut über das Unternehmen, bei dem man arbeiten möchte, informieren. Am einfachsten geht das meiner Meinung nach über die Webseite der Firma. Wenn die Firma, bei der man sich bewirbt, etwas herstellt, dann sollte man natürlich die Produktpalette kennen. Oder wenn sie Dienstleistungen anbieten, welche das sind. Außerdem sollte man sich mit der Geschichte des Unternehmens beschäftigen und wissen, seit wann es die Firma gibt, wo die Firma Standorte hat, auch wenn im Vorstellungsgespräch dann niemand danach fragt. Für alle Bewerber gilt das Gleiche. Man muss die Stellenbeschreibung ganz genau durchlesen und wissen, wen das Unternehmen für was sucht. Wenn man dann danach gefragt wird, warum man ein guter neuer Mitarbeiter wäre, dann kann man die passenden Qualifikationen und Berufserfahrungen nennen. Wichtig ist auch, dass man so angezogen ist, wie es in der Branche üblich ist. Ich zum Beispiel arbeite im Rechnungswesen. Ich habe keinen Kundenkontakt. Ich muss im Büro kein Kostüm anziehen. Aber ich komme natürlich auch nicht in Leggings und Sweatshirts zur Arbeit. Das alles ist aus meiner Sicht wichtig für ein Bewerbungsgespräch. Danke. Sie haben davon gesprochen, dass man für ein Vorstellungsgespräch so angezogen sein sollte, wie es dann zur späteren Tätigkeit passt. Können Sie das noch genauer erklären? Hm, ich meinte damit, dass, hm, also, wenn Sie sich zum Beispiel in einem Start-up beworben haben, das, sagen wir, eine neue Limonade für junge Leute auf den Markt bringen will, dann sollten Sie sich modern anziehen. Das passt zum Unternehmen. Aber wenn Sie sich in einer Bank vorstellen, müssen Sie seriös angezogen sein. Da vertrauen Ihnen Kunden Ihr Geld an. Als Bewerber sollten Sie im Vorstellungsgespräch zeigen, dass Sie wissen, was später im Berufsalltag von Ihnen erwartet wird. Sie haben gesagt, dass sich Bewerber über den zukünftigen Arbeitgeber informieren sollten. Wie haben Sie das genau gemacht? Haben Sie da einen besonderen Tipp? Als ich mich beworben habe, habe ich mir zuerst die Webseite der Firma gründlich angesehen. Besonders die Seiten, die etwas, hm, versteckt sind. Da gab es eine Seite, Wir über uns, auf der sich die Firma selbst beschreibt. Das fand ich sehr hilfreich. Dort konnte ich mir auch Fotos von einigen Mitarbeitern ansehen und mir gleich einen Eindruck davon verschaffen, wie meine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen aussehen und angezogen sind. So war ich gut vorbereitet. Danke, Frau Guseimova. Herr Gühl, ich habe nicht ganz verstanden, warum sich Frau Guseimova die Mitarbeiter einer Firma im Internet angesehen hat. Wie haben Sie das verstanden? Ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee von Frau Guseimova, wenn ich das sagen darf. In dem sie sich die Mitarbeiter der Firma auf der Internetseite angesehen hat, hat sie ein besseres Bild davon bekommen, wer dort arbeitet und welche Kleidung in diesem Unternehmen gerne gesehen wird. So habe ich das verstanden. Danke. Das war der erste Teil der Prüfung. Danke. Das war der erste Teil der Prüfung. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Sie sind Kolleginnen und Kollegen und führen ein Gespräch in der Pause. Dazu bekommen Sie zwei Fragen. Frau Guseimova, bitte fangen Sie an. Ich würde gerne eine Weiterbildung machen. Welche hast du schon gemacht? Eine Weiterbildung? Hier in Deutschland? Lass mich überlegen. Nein. Hier in Deutschland habe ich noch nie eine Weiterbildung gemacht. Aber in der Türkei habe ich natürlich schon viele gemacht. Ich arbeite in der IT-Branche und da müssen wir uns sehr oft weiterbilden, weil sich in dem Bereich ganz viel, ganz schnell ändert. Welche Weiterbildung möchtest du denn machen? Ich glaube, ich sollte mein Englisch verbessern. Wie kommst du denn auf Englisch? Ich bin froh, dass ich hier bei der Arbeit mein Deutsch üben kann. Aber du kannst doch Englisch. Ja, das stimmt natürlich. Aber pssst, das darfst du noch nicht verraten. Ich habe mich um eine Stelle in der Marketingabteilung beworben und die sprechen ja ganz viel Englisch. Echt? Ach, das wäre aber schade, wenn du in eine andere Abteilung gehst. Hast du dich schon mal erkundigt, wo du dein Englisch verbessern kannst? Ich weiß, dass Katja aus der Marketingabteilung einen Abendkurs an einer Sprachschule besucht. Dann frag sie doch mal, ob das eine Weiterbildung ist oder ob sie das nur so macht. Ja, das mache ich. Aber was ist mit dir? Welche Weiterbildung würde dich denn interessieren? Ach, im Moment habe ich sehr viel Arbeit und eigentlich gar keine Zeit. Aber weißt du, was ich vielleicht mache? Was? Da kam doch gestern diese Mail von der Personalabteilung, dass man sich als Ersthelfer im Betrieb ausbilden lassen kann. Das finde ich sehr interessant. Ah ja, das habe ich auch gelesen. Cool. Probier das doch mal. Hm, danke. Herr Güll, stellen Sie bitte die nächste Frage? Ja. Ich möchte gerne mal die Kolleginnen und Kollegen zu mir nach Hause einladen. Hast du das schon einmal gemacht? Arbeitskollegen zu mir nach Hause einladen? Ja klar. Bei uns in Russland machen wir das sehr oft. Hier in Deutschland habe ich das noch nicht gemacht. Nur als ich noch im Deutschkurs war. Zwölf Personen. Aber das war natürlich noch etwas anderes, als echte Kollegen einzuladen. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland macht. Mich hat ja auch noch nie jemand eingeladen. Dich? Ähm, ja. Das heißt nicht nach Hause, aber zu einem Fest. Echt? Wer hat dich eingeladen? Das war... Jupp. Der hatte Geburtstag und hat fast die ganze Abteilung eingeladen. Interessant. Ähm, und wen möchtest du jetzt einladen? So genau habe ich mir das noch nicht überlegt. Es gibt hier ein paar Kollegen, die ich nett finde und die ich gern auch privat besser kennenlernen möchte. Aber wenn man das hier vielleicht nicht macht... Hm, das weiß ich auch nicht. Frag doch mal Jupp. Wenn der dich eingeladen hat, dann kannst du ihn doch auch mal einladen. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Das mache ich. Und wenn man das hier nicht macht, dann sagt Jupp mir das bestimmt. Der ist immer ganz... direkt. Ja. Vielen Dank. Das war Teil 2. Ja. Vielen Dank. Das war Teil 2. Wir kommen jetzt zum dritten Teil. Sie arbeiten zusammen und haben eine problematische Situation, zu der Sie Lösungswege diskutieren sollen. Hier sind die Situation und ein paar Stichwörter, die Ihnen helfen können. Bitte lesen Sie und beginnen Sie dann. Ähm, Olga, bist du fertig? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also, Olga, ich glaube, wir haben ein Problem in unserem Kindergarten. In letzter Zeit haben sich Eltern beschwert, dass unsere Kollegin Marita oft ungeduldig mit den Kindern ist. Eine Mutter hat auch gesagt, dass sie manchmal nicht sehr freundlich ist. Was ist denn genau passiert? Ich habe das nicht so mitbekommen. Die Mutter von... Helen ist zu mir gekommen und hat erzählt, dass ihre Tochter geweint hat, als sie sie abgeholt hat. Und Marita hat zu ihr gesagt, Helen, zieh deine Schuhe an, mach nicht immer so ein Theater. Das fand die Mutter nicht gut, aber Marita hat nur geantwortet, sie müssen strenger sein, so lernt das Kind ja nie. Hm, naja, so sollte man mit einer Mutter nicht sprechen und auch nicht so ungeduldig mit den Kindern sein. Wie hast du reagiert? Ich habe gleich, als Helen und ihre Mutter weg waren, mit Marita gesprochen und sie meinte, dass sie sowas nicht mehr sagen würde. Ist es dann besser geworden? Nicht so richtig. Gestern hat sich der Vater von Orhan beschwert und gesagt, dass er gesehen hat, wie Marita ungeduldig wurde, als Orhan sich die Hände nicht waschen wollte. Hm, eine schwierige Situation. Und wenn du schon mit Marita gesprochen hast, aber sie ihr Verhalten nicht ändert, was hältst du davon, wenn wir ihr ein Teamgespräch anbieten? Du meinst gleich mit allen? Ich bezweifle, dass das eine so gute Idee ist. Wenn dann alle gegen Marita sind, vielleicht könntest du zuerst nochmal mit ihr sprechen. Ihr versteht euch doch gut. Okay, das probiere ich mal. Aber es ist schon ein Problem, das wir ins Team bringen müssen, wenn sich noch mehr Eltern beschweren und Marita ihr Verhalten nicht ändert. Ja, das machen wir dann, wenn du denkst, dass euer Gespräch keinen Erfolg hat. Und, ähm, wie gehen wir mit den Eltern um? Ich meine, wenn sich morgen oder so wieder eine Mutter oder ein Vater beschwert... Dann müssen wir zuhören. Und, ähm, das muss man ernst nehmen und sagen, dass wir die Kollegin darauf ansprechen. Wir könnten auch ein Elterngespräch anbieten, wenn die Eltern möchten. Das machen wir bei anderen Problemen ja auch. Dann kann auch Marita erklären, warum sie sich in der Situation so verhält. Und die Eltern, warum sie das nicht gut finden. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und wenn alles nichts hilft, was machen wir langfristig? Ich denke, da muss man abwarten. Aber langfristig soll die Arbeit mit den Kindern und unter den Kollegen ja gut funktionieren. Und wenn Marita ihre Aufgaben nicht gut macht, irgendwann beschweren sich die Eltern auch direkt bei der Chefin. Und das hat dann Konsequenzen. Ich hätte noch eine Idee. Du hast doch letztes Jahr diese Weiterbildung gemacht zu, ähm, dieses Seminar Kommunikation mit Eltern und Kindern. Was hältst du davon, wenn du, Marita, darauf hinweist? Ja, das kann ich machen. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Die Zeit ist um und ihre Prüfung ist nun zu Ende. Also, Jakob, du fährst morgen dann mit Emilio zur Familie Riester. Die wohnt in der Gartenallee 5. Du weißt schon, das Haus mit der großen Terrasse. Dort sollt ihr das Wohnzimmer und die Küche neu streichen. Okay, ist gut. Weiß Emilio schon Bescheid oder muss ich ihn noch informieren? Der weiß schon Bescheid. Ach ja, und nehmt bitte das kleine Auto. Das große braucht morgen mein Mann. Das kleine Auto müssen wir aber noch auftanken. Da ist fast kein Benzin mehr drin. Dann macht das gleich morgen früh. Und vergiss diesmal bitte nicht wieder die Hälfte der Arbeitsgeräte. Okay, ich stell sie schon mal ins Auto. Noch was, Jakob. Denk bitte daran, dass ihr die Pinsel und alles am Ende gut auswascht. Die Farbe trocknet sonst ein. Ihr habt das letztes Mal auch vergessen. Alles klar, Frau Gröbner. Ich denke dran. Äh, und bei den Riesters nur streichen, keine Tapete, richtig? Und alles weiß? Ja, beziehungsweise nein. Ihr müsst nicht tapezieren. Aber die Wände in der Küche sollen grün werden. Und im Wohnzimmer soll eine Wand rot sein, die anderen Cremefarben. Die Nummern auf der Farbtabelle habe ich markiert. Die kannst du dir im Büro abholen. Sonst schaut einfach auf den Auftrag. Da steht auch das Farbmaterial und die Menge drauf. Gut. Soll ich die Farben heute noch mischen? Ja, mach das bitte. Übrigens, von der Familie ist morgen Vormittag niemand zu Hause. Den Schlüssel bekommt ihr von der Nachbarin, Frau Harz. Die wohnt gegenüber. Alles klar. Restaurant zum Ochsen. Sie sprechen mit Valentin Klein. Guten Tag. Hier ist Helena Möller von der Firma Greiner Maschinenbau. Mein Kollege hat bei Ihnen vor zwei Wochen das Catering für eine Firmenfeier bestellt. Ich hätte da ein paar Änderungswünsche. Warten Sie bitte kurz. Ja, hier ist die Bestellung. Die feierst morgen ab 15 Uhr, richtig? Ja, genau. Ich hoffe, meine Änderungswünsche sind nicht zu kurzfristig. Das kommt darauf an. Geht es um die Menge? Ja, auch. Es kommen zehn Personen mehr. Zehn Portionen mehr können wir ohne Probleme machen. Gut. Aber könnten Sie auch mehr vegane Häppchen bringen und dafür weniger mit Fleisch bzw. tierischen Produkten? Relativ viele unserer Mitarbeitenden haben zurückgemeldet, dass sie veganes Essen bevorzugen. Das hatten wir gar nicht erwartet. Ja, vegane Ernährung ist zurzeit im Trend. Wir bieten dazu auch einiges an. Warme und kalte Platten, sogar ganze Buffets, wenn es rechtzeitig bestellt wird. Oh, das habe ich schon befürchtet, dass das wahrscheinlich zu knapp ist. Hm, was machen wir da jetzt? Bei einigen Salaten können wir die Käsewürfel weglassen oder ersetzen. Bestimmt können wir auch noch zwei oder drei warme Platten vegan gestalten. Lassen Sie mich mit unserer Küchenchefin sprechen. Die hat sicher ein paar Vorschläge. Das wird dann aber auch mehr kosten. Schön, dass Sie es noch versuchen wollen. Die Mehrkosten übernimmt die Firma dann natürlich. Gut. Soll ich mich vorher nochmal bei Ihnen melden, damit Sie wissen, ob es klappt? Wie kann ich Sie denn am besten erreichen? Ja, am besten unter der Nummer... Hier ist immer etwas los, Frau Amadi. Wir legen viel Wert darauf, dass die Kinder jeden Tag an der frischen Luft sind. Gehen Sie auch manchmal in den Wald hinter dem Kindergarten? Ja, natürlich. Frau Moretti geht heute Nachmittag mit ihrer Hasengruppe auf den Spielplatz dort. Sie können gerne mitgehen, um auch das kennenzulernen. Das war also unser Garten. Jetzt zeige ich Ihnen die Räume hier im Haus. Im Kindergarten haben wir insgesamt drei Gruppen mit jeweils 15 Kindern. Jede Gruppe wird von drei Erzieherinnen betreut und hat einen eigenen Raum. Hier ist zum Beispiel der Raum für die Bärenkinder. Die Bärenkinder sind die Kleinsten, oder? Ja, richtig. In dieser Gruppe sind gerade viele Dreijährige. Jüngere Kinder betreuen wir hier ja nicht. Mit dieser Gruppe haben sie eher wenig zu tun. Aber auch die werden ja groß und wechseln dann irgendwann in die Eulengruppe mit den Vorschulangeboten. Das wird ja dann ihr Bereich, unter anderem. Darauf freue ich mich schon. Es macht mir unheimlich Spaß, mit den Vorschulkindern zu arbeiten. Ja, da sind wir auch froh, dass wir mit Ihnen eine so erfahrene Kraft als Vertretung für den Bereich gewinnen konnten. So, hier ist die Küche. Genau. Wie ist das hier mit dem Mittagessen? Müssen wir kochen? Nein. Wir haben hier zwar die Küche, aber eher für Snacks und Getränke. Das Mittagessen wird gebracht. Manchmal backen wir gemeinsam. Das lieben die Kinder. Da kann ich auch mal was aus meinem Heimatland beitragen. Gute Idee. Nun zu den Abläufen. Am Morgen, bevor die Kinder kommen, tauschen wir uns darüber aus, wer... Morgen! Paul, was ist denn mit dir los? Morgen, Lisa. Immer diese Arbeit am Computer. Das macht mich auf Dauer fertig. Das kann doch nicht gesund sein. Paul, du sitzt aber auch ganz falsch. Hast du den Stuhl richtig eingestellt? Ja, guck mal. Der Stuhl ist zu niedrig und du bist viel zu nah am Monitor. Kein Wunder, dass du das anstrengend findest. Äh, aber ich sehe sonst nicht gut. Ich muss immer meine Brille auf- und absetzen. Dann brauchst du vielleicht auch eine Computerbrille. Dafür gibt es sogar einen Zuschuss von der Firma. Den brauchst du nur zu beantragen. Was ich jetzt brauche, ist ein Stück Schokolade. Nein, was du jetzt brauchst, ist Gymnastik. Komm, ich zeig dir was. Puh, heute ist vielleicht wieder viel los im Laden. Ja, ich muss mich jetzt hinsetzen. Ich hab total Schmerzen in den Beinen. Schon wieder? Wir können doch nicht alle Kunden alleine bedienen. So geht das nicht, Anna. Ich hab aber Schmerzen. Kein Wunder, bei diesen Stöckelschuhen, die du jeden Tag trägst. Mit Gesundheitsschuhen würde dir das nicht passieren. Die, die uns der Betriebsarzt empfiehlt? Nein, danke. Die sind total hässlich. Bei der Arbeit musst du keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern arbeiten können. Aber wenn Freunde vorbeikommen und mich in Gesundheitsschuhen sehen, die lachen doch über mich. Das wirst du überleben. Trag die anderen Schuhe in deiner Freizeit und komm morgen mit flachen Schuhen. Hallo zusammen. Hallo, Luis. Du warst schon wieder zwei Tage nicht da. Ja, ich hab mich beim Kickboxen verletzt. Durch deine vielen Sportverletzungen müssen wir immer wieder für dich einspringen. Trägst du da keine spezielle Schutzkleidung? Doch. Und das tut mir ja auch leid. Aber ich muss eben viel trainieren. Kickboxen macht total Spaß. Das mag schon sein. Aber weißt du, wie viele Überstunden wir inzwischen wegen dir haben? Mach doch Yoga oder sowas. Da verletzt man sich nicht so leicht. Yoga? Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch total langweilig. Mir langsam egal. Ich will wegen dir nicht auch noch krank werden. Warte, Rahim. Du hast deinen Helm vergessen. Ach, Carla. Es geht doch auch mal ohne Helm. Wir sind doch keine Bauarbeiter. Nein, wir sind die Architekten. Aber herabfallenden Teilen ist das egal. Auch uns könnte schließlich etwas auf den Kopf fallen. Du übertreibst. Was soll denn hier noch passieren? Das Haus ist doch fast fertig. Das kann schon sein. Aber wenn dir etwas passiert und du trägst keinen Helm, dann zahlt die Versicherung nicht. Also gut. Gib her. Na also, geht doch. Sieht auch ganz schick aus auf deinem Kopf. Guten Morgen zusammen. Schön, dass alle kommen konnten. Sie haben schon in der Einladung gesehen, dass unsere Firma mittelfristig auf E-Mobilität umsteigen möchte. Herr Baumann von der Geschäftsleitung hat mich und mein Team gebeten, bei Experten anzufragen, welche Möglichkeiten wir haben, E-Mobilität auch für unsere Firma einzusetzen. Das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Darf ich gleich etwas fragen? Ja, sicher, Herr Wenkums. Das betrifft jetzt nur die Firmenwagen, richtig? Äh, ja. Welches Auto Sie privat oder für den Weg zur Arbeit nutzen, ist weiterhin Ihre Sache. Jedenfalls, durch die Expertengespräche haben wir erfahren, dass E-Autos als Firmenwagen zwar teurer in der Anschaffung sind als andere Fahrzeuge, dass sie sich auf lange Sicht aber durchaus rechnen. Es geht hier aber nicht vorrangig um die Kosten. Für uns als Firma für Solarzellen geht es in erster Linie um einen ganz anderen Grund. Wir zeigen so ganz deutlich, dass uns auch hier Umweltschutz wichtig ist. Das kommt bei den Kunden gut an. Ganz bestimmt. Und nicht nur bei den Kunden. Wo soll denn zuerst umgestellt werden? Das ist so geplant. Da unsere Mitarbeiter im Außendienst oft sehr lange Strecken zu Kunden fahren und Elektroautos nach ca. 300 Kilometern wieder aufgeladen werden müssen, bleiben wir hier erstmal noch bei unseren bisherigen Fahrzeugen. Beziehungsweise werden wir einige hybride Fahrzeuge anschaffen. Aus demselben Grund schaffen wir vorerst keine Fahrzeuge für den Transport an. Das wird noch eine Weile dauern. Für Kundenbesuche im Stadtbereich, zu denen man nicht lange fahren muss, sind E-Autos aber eine gute Lösung. Deshalb werden wir schon in den nächsten Monaten einige E-Fahrzeuge für diesen Bereich kaufen. Aber schon in drei Wochen werden wir, und darüber freue ich mich besonders, auch einige E-Bikes bekommen, die dann allen Mitarbeitern der Firma zugänglich sind. Das hört sich gut an. Dürfen wir diese neuen E-Fahrzeuge dann auch privat benutzen? Das wird wie jetzt auch sein. Mitarbeitende, die bisher einen Firmenwagen für ihre Arbeit hatten, werden auch die neuen Fahrzeuge nach den bekannten Regeln nutzen. Neu müssen wir dann festlegen, wie wir mit den E-Bikes umgehen. Wahrscheinlich aber nicht viel anders. Und wo laden wir die E-Fahrzeuge dann? Eine wichtige Frage. Denn im öffentlichen Raum gibt es noch nicht so viele Ladestationen. Dafür wird es Tankkarten geben, wenn sie weiter weg unterwegs sind. Auf dem Firmengelände werden selbstverständlich genug Ladestationen zur Verfügung stehen. Wir produzieren hier ja mit unseren Solarzellen ökologischen Strom. Da die Kollegen vom Außendienst die Fahrzeuge jedoch auch mit nach Hause nehmen, wollen wir auch dort Schnellladestationen fördern. Das heißt, die Firma beteiligt sich an den Kosten für die Ladestationen und auch an den Stromkosten, wenn sie den Firmenwagen zu Hause laden. Das geht allerdings nur, wenn sie bereit sind, Ökostrom zu nutzen. Und ein eigenes Haus haben. Ich wohne in einer Mietwohnung. Wo soll man denn da eine Ladestation installieren? Auch da gibt es Möglichkeiten. Die Details besprechen wir dann. Ich will kurz noch etwas zum Fahrtraining sagen. Naja, Autofahren können wir ja alle, oder? Das schon, aber E-Autos haben einen anderen Motor. Daran muss man sich erst gewöhnen. Was viele nicht wissen, auch mit einem E-Auto kann man beim Fahren noch Energie sparen. Diese Fahrweise möchten wir mit Ihnen trainieren. Sie müssen am Fahrtraining aber natürlich nicht teilnehmen, wenn Sie nicht wollen. Wir planen es auf jeden Fall während der Arbeitszeit ein. Ihre Freizeit müssen Sie dafür also nicht opfern. Und wann wird das ungefähr sein? Also, ich hatte ja bereits am Anfang gesagt, dass die Umstellung mittelfristig geplant ist. Das heißt, dass wir... Hi, hier Thomas. Du, Achmed, ich glaube, ich habe heute mein Handy in der Firma liegen lassen. Ich habe es erst gemerkt, als ich zu Hause war. Und ich wollte dann nicht nochmal in die Firma fahren. Kannst du bitte mal nachschauen, ob es irgendwo in der Werkshalle liegt? Warte. Oder in der Kantine? Nein, danach habe ich noch telefoniert. Also, es ist so ein größeres Gerät in einer blauen Tasche. Darauf ist ein Aufkleber von meinem Fahrradclub. Wenn du es findest, ruf bitte gleich auf meiner Festnetznummer an, ja? Danke schon mal für deine Hilfe. Guten Tag, hier ist die Firma Print und Farbe. Meier mein Name. Sie haben letzte Woche bei uns ein Paket mit Druckertoner bestellt, das wir auch gleich an die angegebene Adresse geschickt haben. Leider ist das Paket wieder zurückgekommen. Die Adresse war wohl nicht ganz korrekt. Können Sie uns deshalb bitte zurückrufen? Ich möchte Sie auch noch auf die Möglichkeit hinweisen, Druckertoner in Zukunft online zu bestellen. Am besten registrieren Sie sich auf unserer Webseite. Dann brauchen Sie Ihre Kontaktdaten nur einmal einzugeben. Hallo, Herr Abadi, hier ist Manfred Gold von der Buchhaltung. Sie sind im Juni zu der Wochenendfortbildung Marketingstrategien nach Berlin gefahren. Bei Ihrer Reisekostenabrechnung ist mir aufgefallen, dass Sie die Reisezeiten nicht angegeben haben. Außerdem haben Sie mir eine Fahrkarte nach Stralsund beigelegt. War das privat? Das Hotel in Berlin hat die Rechnung geschickt. Da fehlt nichts. Würden Sie das Formular bitte neu ausfüllen und es mir mit dem richtigen Beleg zuschicken? Wenn Sie morgen im Haus sind, können Sie mir auch alles einfach vorbeibringen. Hi, Ben. Lukas hier. Du, ich repariere gerade das Auto von Frau Rossmann. Es sollte bis morgen, Dienstag, fertig sein. Jetzt sehe ich aber, dass uns ein Ersatzteil fehlt. Ich habe es auch schon bestellt, aber leider ist es erst am Mittwochmorgen da. Kannst du bitte Frau Rossmann anrufen, dass sie ihr Auto erst einen Tag später abholen kann? Am besten nach 14 Uhr. Frau Rossmann hat von uns ja einen Leihwagen bekommen. Der Chef sagt, dass wir ihr den zusätzlichen Tag dafür nicht berechnen. Hallo Lena, hier ist Karin. Ich bin total erkältet und kann heute nicht kommen. Du weißt ja, dass ich das Jubiläum von Frau Schmidt nächste Woche Freitag organisiere. Das Essen haben die Wirtin und ich schon besprochen, aber heute wollte ich mir im Restaurant ansehen, wie man den Raum dekorieren und die Tische stellen könnte. Das schaffe ich aber nicht. Könntest du vielleicht für mich hingehen? Das wäre eine große Hilfe. Die Sitzordnung und so weiter übernehme ich dann wieder. Bitte ruf mich kurz zurück. Guten Tag, hier spricht Marina Kollnitz von der Firma Lehmann. Ich rufe nochmal wegen unserer Fortbildung in ihrem Hotel an. Wir hatten 15 Einzelzimmer gebucht. Jetzt können aber doch nur zwölf Mitarbeitende teilnehmen. Würden Sie bitte drei Zimmer stornieren? Der große Tagungsraum ist weiterhin in Ordnung, aber wir brauchen dann doch nur noch zwei Seminarräume. Was die Ausstattung des Tagungsraums angeht, könnten wir bitte einen zusätzlichen Bildschirm bekommen? Ein Mitarbeiter nimmt von Brasilien aus teil. Dafür benötigen wir den. Die Internetverbindung im Raum ist ja sicher gut, nehme ich an. Für Rückfragen, mein Name ist Kollnitz. K-O-L-L-N-I-T-Z Meine Nummer ist 0 73 51 599 64 Wir freuen uns schon und sind gespannt auf den Karaoke-Abend am Freitag. Tschüss! Guten Tag, hier ist Peter Schmidt von der Firma Glasklar GmbH, einem Unternehmen für Fenster und Wintergärten. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir interessieren uns für die Räume, die Sie auf Ihrer Seite im Internet anbieten. Unsere bisherige Werkstatt wird langsam zu klein, da unser Geschäft zum Glück sehr gut läuft. Sie bieten die Werkstatträume im Gewerbepark Ost doch zum Kauf an, oder? Ja, das stimmt. 250 Quadratmeter und zusätzlich Büroräume in einer Größe von 35 Quadratmetern. Außerdem natürlich WC-Anlagen. Die bieten wir zur Miete oder auch zum Kauf. Darüber müssten wir dann genauer sprechen. Mhm. Befindet sich auch eine Küche oder wenigstens eine Kochzeile in den Räumen? Bislang nicht. Nur ein Kaffeeautomat und ein kleiner Kühlschrank. Aber alle Anschlüsse für Wasser und Strom sind vorhanden. Das wäre also machbar. Das hört sich doch schon mal gut an. Es wäre auch Platz, um einen Umkleideraum einzurichten, falls Sie so etwas benötigen sollten. Das ist gut zu wissen. Aber das wird für uns eher nicht erforderlich sein. Ist die Werkstatthalle gegebenenfalls erweiterbar? Ja, auf dem Gelände ist noch relativ viel Platz. Vor der Halle befindet sich ein großer Parkplatz, der könnte zum Teil aber auch für eine Erweiterung der Halle genutzt werden. Es sei denn, Sie brauchen viele Stellplätze für Fahrzeuge. Augenblicklich befinden sich auf dem Parkplatz ungefähr 50 Stellplätze. So viele Fahrzeuge haben wir nicht. Und Publikumsverkehr haben wir auch eher selten. Von daher könnten wir den Parkplatz für eine Erweiterung verwenden. Das klingt alles sehr gut. Ich stimme mit meinem Chef einen Termin für eine Besichtigung ab und melde mich nochmal. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hallo Olaf, hier ist Ines aus der IT-Abteilung. Hallo Ines. Gerade habe ich zu meinem neuen Kollegen gesagt, ein Glück, dass wir morgen endlich die neue Software aufgespielt bekommen. Die alte ist inzwischen so langsam, dass man kaum noch richtig arbeiten kann. Ja, also Olaf, leider wird das morgen nichts. Das ist etwas mit der Lizenz schiefgelaufen. Deshalb haben wir noch keinen Zugriff auf die Programme. Das müssen wir leider erst noch klären. Oh nein, das ist aber... Ja, es ist blöd. Deshalb will ich mit dir aber kurz besprechen, was denn in den nächsten Tagen in deiner Abteilung ansteht, damit wir gemeinsam einen Ausweichtermin für die Installation finden. Wie war das nochmal? Die Installation und Einrichtung dauert drei Stunden, oder? Ja, ungefähr. Wir können es leider nicht über Nacht machen in dem Fall, weil es nicht vollautomatisch läuft. Nacheinander wäre möglich, sodass nicht alle Rechner gleichzeitig ausfallen. Aber es wäre gut, das an einem Tag mit relativ wenig Betrieb zu machen. Hm. Kommenden Montag und Dienstag sieht es nicht so gut aus. Wir haben ausnahmsweise schon am Mittwoch unsere Abteilungsbesprechung. Weil ja Donnerstag der Feiertag ist. Die dauert mindestens zwei Stunden. Und in der Zeit brauchen wir die PCs nicht. Wie wäre es also am Mittwoch? Super, ich trage es ein. Übrigens hat sich doch nochmal was wegen der Schulung für die Software geändert. Die sollte ja erst virtuell stattfinden. Aber nun komme ich doch direkt zu euch in die Abteilung. Und wir gehen alles zusammen durch. Das ist mir vor Ort sogar lieber. Dann können wir... Hallo, ich bin Rainer. Wir haben uns ja neulich schon kennengelernt. Nach meinem Vorstellungsgespräch. Richtig. Es ist so toll, dass es geklappt hat. Ich mochte eure Schülerbetreuung sofort. Und die Konzepte zum Lernen und Spielen gefallen mir hier wirklich gut. Das freut mich. Dann komm einfach mal mit. Ich zeige dir heute nochmal alles in Ruhe. Also, hier rechts haben wir die Kleiderhaken. Und daneben, wie du siehst, kleine Schließfächer. Achte unbedingt darauf, dass die Kinder morgens ihre Wertsachen und auch Handys da einschließen. Handy? In der Grundschule? Tja, ich wundere mich auch. Zum Glück ist es die Ausnahme und nicht die Regel. Wir möchten aber gar keine Handys in den Gruppen haben. Das verstehe ich. Und dann gibt es morgens zuerst Frühstück, oder? Also, wir haben ja ab 7 Uhr auf und um halb 8 gibt es Frühstück. Aber daran nehmen nicht alle Kinder teil. Das kann man flexibel von Woche zu Woche anmelden. Hier an der Wand hängen die Listen. Darauf steht, wer zum Frühstück kommt. Und ganz wichtig, bei allen Mahlzeiten decken die Kinder ihren Platz alleine ein. Und räumen auch Teller und Besteck selbst ab. Das klingt vielleicht etwas streng. Das hatte ich schon im Vorstellungsgespräch gehört. Und ehrlich gesagt, kann ich das absolut nachvollziehen. Sonst tanzen die einem ja später auf der Nase herum und wollen immer bedient werden. Ja, genau. Fürs Mittagessen hängen dann aber keine Listen an der Wand, oder? Das bekommen doch alle, habe ich gehört. Das hast du richtig gehört. Listen gibt es aber trotzdem. In dem Fall dann aber zu Unverträglichkeiten. Wer vegetarisch ist. Oh, das ist natürlich auch wichtig. Dann machen wir mal weiter. Guten Morgen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Wie Sie wissen, steht demnächst eine Umstrukturierung unserer Abteilungen an. Es wird dann auch neue Teams geben. Die bisherigen Teams werden teilweise erweitert, sodass sie einen größeren Arbeitsbereich benötigen. Wir möchten aber unsere aktuellen Büroräume nicht wechseln, denn die Lage ist ja wirklich optimal für uns. Ja, Herr Stork? Wenn wir in diesem Gebäude bleiben, könnten wir eventuell mal über ein paar Änderungen, wie neue Wandfarben oder so, sprechen. Wir sind ja schon über fünf Jahre hier, ohne dass es in der Zeit neue Bodenbelege oder Farbe an den Wänden gegeben hätte. Darüber können wir gerne demnächst reden, Herr Stork. Klar, aber jetzt geht es erstmal darum, wer in Zukunft wo arbeiten wird, also wie die Büros demnächst belegt werden. Der Empfangsbereich wird sich nicht ändern und auch für Mitarbeitende im dritten Stock ändert sich wenig. Dort ist ja die Buchhaltung und das bleibt auch so. Anders sieht es beim Serviceteam aus. Unsere Kunden legen Wert auf eine gute Beratung und zahlen dafür auch mehr. Deshalb mussten wir das Team erweitern. Frau Wolter, Sie sind ja schon lange in dem Team. Wollen Sie das kurz erläutern? Ja, gerne. Unsere bisherigen Büros waren sehr nah am Eingangsbereich. Das war früher wirklich praktisch, als unsere Kunden häufig und persönlich zu uns kamen und dann nicht lange durch die Firma laufen mussten. Mit der Zeit hat sich das geändert. Wir haben auch immer mehr internationale Kunden und beraten immer häufiger telefonisch oder per Videokonferenz. Dafür ist es direkt am Eingang und nur mit den dünnen Trennwänden im Großraum zu laut. Da ist es besser, wenn die Räume eher abgeschieden sind, sodass man die Gespräche ungestört führen kann. Genau, deshalb wird das Team jetzt in den vierten Stock umziehen und dort am Ende des Gangs mehrere kleine Räume haben. Verstehe. Deshalb müssen meine Leute aus dem Verkauf jetzt aus dem vierten Stock ausziehen. Korrekt, Herr Stork. Sie und Ihr Team werden von ganz oben dann in den ersten Stock ziehen. Auf Ihren und den Wunsch Ihrer Mitarbeiter hin werden die Einzelbüros dort zusammengelegt, denn so war das ja auch im vierten Stock. So, sind denn... Entschuldigung? Ja, bitte, Frau Tesslin. Ähm, im ersten Stock ist aber doch das Lager, oder nicht? Einen Moment, Frau Tesslin. Dazu komme ich gleich. Sind denn erstmal Fragen zur bisherigen Verteilung? Nein? Gut, dann gibt es noch eine wichtige Änderung. Frau Tesslin hat ja gerade schon das Lager angesprochen, das bislang im ersten Stock war. Der Bedarf nach Lagerraum ist bei uns ja nicht sehr hoch. Im Wesentlichen hatten wir dort Bürobedarf gelagert. Diesen Platz wollen wir nun für Büroräume nutzen und das Lager in diesem Haus ganz aufgeben. Alles, was wir an Material in den Büros brauchen, wird ab jetzt nach Bedarf eingekauft, also wirklich nur das, was Sie brauchen. Das schärft ja auch den Blick dafür, ob etwas wirklich notwendig ist. Was noch im Lager ist, wird verteilt oder entsorgt. Die Möbel werden wir im Keller aufbewahren. Aber im Keller ändert sich sonst nichts? Richtig. Bei den Heizungsräumen und der Hausmeisterkammer bleibt alles beim Alten. Und der Hausmeister bleibt auch? Natürlich. Was sich aber noch ändert, ist, dass es ab kommendem Monat eine eigene Abteilung für Qualitätssicherung gibt. Das hat bislang ja Frau Tesslin alleine gemacht. Ich habe es zumindest versucht. Frau Tesslin, Sie haben das sehr gut gemacht, aber es ist einfach zu viel für eine Person. Deshalb bekommen Sie ja Unterstützung durch Frau Robbins aus dem Verkaufsteam und durch eine neue Mitarbeiterin. Aber Sie werden die Abteilung dann leiten. Das Team ist dann im zweiten Stock neben der Geschäftsführung untergebracht, die übrigens die Räume nicht wechselt. Natürlich nicht. Hallo Carsten, hier ist Ulf. Ich habe ein kleines Problem. Ich muss dringend zu einem Kunden. Der hat seit heute Mittag keinen Strom im Haus. Das soll ich bis um vier Uhr prüfen. Jetzt finde ich in der Werkstatt aber den Spannungsmesser nicht. Ich suche schon seit einer halben Stunde. Ich will deswegen heute echt nicht schon wieder Überstunden machen. Du hattest den Spannungsmesser doch heute Morgen mit zu deinem Termin genommen, oder? Wäre super, wenn du dich umgehend bei mir meldest und mir sagst, wo ich das Ding finde. Vielen Dank. Guten Tag, Nina Hertel von der Hertel Gebäudereinigung. Ich hatte letzte Woche bei Ihnen die elektrischen Fensterputzgeräte bestellt. Die Lieferung war wohl zuerst falsch adressiert, deshalb kamen die Geräte erst gestern an. Aber das war nicht so schlimm. Die Hauptsache ist, dass die Lieferung vollständig war. Wir wollten die Geräte gleich ausprobieren, aber alles war nur auf Englisch und Chinesisch beschrieben. Könnten Sie uns noch eine deutsche Version schicken? Wenn die Geräte das halten, was sie versprechen, werden wir sicher noch mehr brauchen. Dann melde ich mich wieder. Danke! Hallo, hier ist Lotte. Ich stehe gerade vor dem Feinkostladen Nolta am Marktplatz, um den Präsentkorb für unseren Chef zum Geburtstag zu bestellen. Leider gibt es ein kleines Problem. Das Geschäft hat gerade 14 Tage Betriebsferien. Hier können wir den Korb nicht bestellen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier noch einen anderen Feinkostladen gibt. Weißt du das? Bevor wir lange über ein anderes Geschenk diskutieren und uns am Ende doch nichts Besseres einfällt, frag mal schnell rum und ruf mich an. Danke. Hallo, Paul hier. Wegen unserer Teambesprechung morgen ab 8. Ähm, ich muss morgen früh erstmal zu der Baustelle in Höch fahren. Die haben da ein Problem. Damit wir unseren Termin aber nicht verschieben müssen, würde ich euch bitten, ohne mich zu beginnen. Susanne vertritt uns ja diese Woche auf der Messe in Berlin und ist nicht da, aber Peter kann die Besprechung leiten. Er berichtet ja sowieso als Erster über seine Projekte, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Um halb neun bin ich dann auf jeden Fall auch da. Hi, Luisa. Hier ist Fred. Ich habe gerade die Unterlagen zusammengestellt, die die Chefin haben wollte. Sie will, dass ich ihr alles per E-Mail schicke. Aber die Dateien sind wahnsinnig groß und das klappt nicht. Ich habe Markus aus der IT-Abteilung angerufen und er meinte nur, ich solle die Dateien komprimieren. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Er hat keine Zeit, mir das zu zeigen, aber ich muss das unbedingt bis zum Feierabend hinkriegen. Vielleicht kannst du mich zurückrufen? Hallo, hier ist Ingo Woitkes von der Firma Baden Farmer. Wir haben im vergangenen Jahr schon einmal Büromöbel bei Ihnen bestellt und waren sehr zufrieden. Deshalb überlegen wir, wieder bei Ihnen zu kaufen. Wir bräuchten 30 Bürostühle. Und zwar das Modell mit der Artikelnummer A39. Wir möchten die Stühle am liebsten in blau, wenn das geht. Ach so, und alle Stühle sollen bitte Rollen für Hartböden haben. Wie viel würde das inklusive Lieferung bis Ende Mai kosten? Falls Sie Rückfragen haben, können Sie mich telefonisch erreichen. Hier meine Durchwahl. 0 62 71 89 234 Zur Sicherheit auch noch mal mein Name. Ingo Woitkes. W-O-Y-T-H-K-E-S Sie müssten unsere E-Mail-Adresse ja noch haben. Dann wäre es schön, wenn Sie uns das Angebot per Mail schicken könnten. Vielen Dank. Guten Tag. Hier ist Gernot Schröder von Schröder Bürotechnik. Spreche ich mit Frau Heimann? Ja, Herr Schröder, endlich. Wir warten schon dringend auf Ihren Anruf. Das tut mir sehr leid, Frau Heimann. Das ist heute nicht optimal gelaufen. Ich war nicht im Haus, als Sie angerufen haben. Aber Herr Stumpf hat mir ausgerichtet, dass bei den Beamern nicht die korrekten Fernbedienungen dabei waren. Ja, richtig. Aber die brauchen wir schnell. Können Sie die denn gleich nachschicken? Nächste Woche starten die Mitarbeiterschulungen bei uns im Haus. Einen Moment bitte. Ich suche gerade die Bestellnummer und die Teilenummer. Eigentlich werden die Beamer immer zusammen mit den Fernbedienungen vom Hersteller geliefert. Wir packen das normalerweise nie um. Gehen die Fernbedienungen denn gar nicht? Doch, aber wir wollten ja die mit diesem, äh, na, dem, äh, Laser, mit dem man beim Vortrag mit einem roten Punkt auf etwas zeigen kann. Ah, Sie meinen die Laserpointer? Genau, die Laserpointer. Wir wollten die, die in der Fernbedienung mit dabei sind. Ich verstehe. Die Fernbedienungen mit dem integrierten Laserpointer. Genau. So, hier habe ich alles. Tatsächlich, da hat der Versand einen Fehler gemacht. Von hier aus kann ich nicht sagen, warum Sie die falsche Sendung bekommen haben. Ich muss das überprüfen und mich entschuldigen. Wir lassen die richtigen Fernbedienungen dann direkt von der Herstellerfirma schicken. Denn eventuell haben wir die nicht auf Lager. Ich kümmere mich aber sofort darum. Als kleine Wiedergutmachung schlage ich Ihnen einen Rabatt von 5% auf die nächste Lieferung vor. Ach, das ist ja schön. Hallo zur Teambesprechung. Lasst mich mit dem wichtigsten Punkt heute anfangen. Ich wurde heute in meiner Funktion als Stationsleitung angesprochen. Von Frau Schäfer? Genau. Sie hat völlig zu Recht festgestellt, dass ihr Mann Gewicht verloren hat. Das hatten wir so auch schon dokumentiert. Wie ihr alle wisst, kann er wegen seines hohen Alters und seiner fortgeschrittenen Demenz nicht mehr alleine essen. Und man muss ihm die Nahrung anreichen. Markus, du bist ja momentan die verantwortliche Pflegekraft. Frau Schäfer sagt, dass du aufhörst, Essen zu geben, wenn Herr Schäfer ablehnt? Was soll ich machen, wenn er den Mund zumacht? Er mag einfach nicht mehr weiter essen. Ja, aber wahrscheinlich lehnt er aus Erschöpfung ab, weil für viele alte Menschen das Kauen und Schlucken eine große Anstrengung ist. Das Problem ist, er bekommt nicht mehr ausreichend Kalorien und das müssen wir schnellstens ändern. Ich habe ihm ja schon hochkalorische Getränke gegeben. Ja, mehr Kalorien. Aber die Drinks schmecken echt nicht so super. Seine Frau hat doch erzählt, dass er immer so gerne Erdbeereis mochte und sich manchmal noch nachts welches an der Tankstelle geholt hat. Stimmt, sie hat erzählt, dass er gerne Süßes isst. Hm. Dann machen wir es so. Herr Schäfer bekommt weiterhin fünfmal am Tag Essen angeboten, aber nachmittags bekommt er 300 Milliliter Erdbeereis. Und mittags und abends probieren wir es öfters mit was Süßem. Pfannkuchen oder Brei mit Kompott. Auch mal püriertes Obst, damit er auf seine Vitamine kommt. Wie er das annimmt, muss dokumentiert werden. Und Markus, lass dir Zeit, wenn du ihm Essen gibst. So, Jolanda, das waren die Kühlräume und die Küche. Da hinter der Glastür ist der Saal mit der Kegelbahn und der Bar. Und hier ist die Treppe zu den Gästezimmern. Jetzt zeige ich Ihnen das Restaurant. Arbeite ich auch im Zimmerservice? Sie schnuppern überall rein, damit sie wissen, wie der Betrieb funktioniert. Aber sie sind als Bedienung hier. Ich schlage vor, dass sie im Restaurant anfangen, am besten in der Frühschicht. Da ist nicht so viel los wie beim Abendessen. Ja, gerne. Was muss ich da genau machen? Zum Frühstück haben wir ein Buffet und die Gäste bedienen sich selbst. Sie fangen um halb sechs an und decken die Tische. Wenn die Gäste kommen, sind sie im Gastraum. Wenn die Gäste den Tisch verlassen, räumen sie ab und decken neu ein. Wenn sie sehen, dass auf dem Buffet etwas fehlt, gehen sie in die Küche und sagen Bescheid. Das Küchenpersonal bringt die fehlenden Speisen dann. Sie arbeiten Hand in Hand mit der Küche. Ich habe eine Frage. Wie bezahlen die Gäste? Wir haben ein elektronisches Tablet-Kassensystem. Aber das Frühstück ist in den Zimmerpreisen drin. Das muss nicht extra bezahlt werden. Hm, was noch? Mitte der Woche reisen sehr viele Gäste ab. Dann laufen sie einen Tag beim Room Service mit und sehen auch mal eine Schicht an der Rezeption zu. Einverstanden. Wann lerne ich denn die Kolleginnen kennen? Jetzt über Mittag sind viele nicht da. Ich mache sie dann nachher bekannt. Wir sind ein nettes Team und sie werden gut zu uns passen. Marina, hi. Sehe ich dich auch mal wieder? Wie geht es dir im Homeoffice? Hallo, Andreas. Super. Zu Hause arbeiten liegt mir. Ich würde ja ständig etwas anderes machen wollen. Wirst du gar nicht abgelenkt? Man muss halt diszipliniert sein und ein Arbeitszimmer haben. Mein privates Handy bleibt draußen und mein Mann und die Katze dürfen auch nicht rein. Klingt, als ob du richtig produktiv arbeiten könntest. Gar keine Nachteile? Doch, ganz klar. Mit den Kollegen mal telefonieren ist nett, aber es ersetzt mir nicht die gemeinsamen Mittagessen und die Gespräche in der Kaffeeküche. Das vermisse ich schon sehr. Na, Martin? Sieht man dich auch mal wieder arbeiten? Hallo, Alina. Na, arbeiten sieht man mich zu Hause immer. Aber du hast recht für die Besprechung mit dem Kunden bin ich heute im Büro zu sehen. Wie übrigens jeden Mittwoch. Nur letzte Woche hatte ich Urlaub. Urlaub, arbeiten zu Hause. Bei euch Kollegen im Homeoffice weiß man das ja nie so genau. Letzten Donnerstag habe ich dich um halb sechs angerufen, aber du bist nicht drangegangen. Um halb sechs arbeite ich auch nicht mehr. Weder im Homeoffice noch im Büro. Meine Arbeitszeiten sind hier wie dort immer von 8 bis 17 Uhr. Und um 13 Uhr mache ich Mittagspause. Wenn du mich also erreichen willst, kannst du das... Sag mal, Federico, wie hast du dich mit dem Homeoffice entschieden? Nimmst du das Angebot vom Chef an und arbeitest drei Tage die Woche von zu Hause? Auf jeden Fall. Ich wohne ja so weit draußen. Ich fahre über eine Stunde ins Geschäft und dann abends wieder über eine Stunde zurück. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das Angebot nicht annehmen würde. Und du? Ich bin noch unentschlossen. Warum? Du hast doch auch eine lange Anfahrt. Ach, das macht mir nichts aus. Ich habe zu Hause kein Arbeitszimmer und irgendwie gehe ich gerne morgens aus dem Haus und zur Arbeit. Und die Kollegen würde ich auch vermissen. Ansgar, bist du zur Konferenz hier? Ja, und ich freue mich echt mal wieder unter Kollegen zu sein, immer so alleine vor sich hinzuarbeiten. Kann ich mir vorstellen. Aber hier kommt alle Nase lang jemand ins Büro und der Müller telefoniert immer noch so laut, dass alle mithören können und sich keiner gut konzentrieren kann. Tja, so gesehen. Aber zu Hause gibt es auch genug Nachteile. Die Zwillinge schreien oft, mehr brauche ich wohl nicht zu sagen. Das bringt mich sehr oft von der Arbeit ab. Aber ganz zurück ins Büro würdest du auch nicht wollen, oder? Nein, das ist schon gut für mich, so wie es geregelt ist. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt ja schon aus der Einladung zu dieser Präsentation erfahren, dass viele Unternehmen ihre Hygieneregeln aktualisiert haben. Der Seniorchef hat mich als euren Vorgesetzten darum gebeten, das für euch zusammenzufassen. Denn für uns als Reinigungsunternehmen ändert sich einiges. Uns treffen diese neuen Hygieneregeln besonders. Denn nicht nur unser Hauptauftraggeber, die Firma Wandspacher, sondern eigentlich alle Unternehmen, deren Firmengebäude wir reinigen, haben ihre bestehenden Aufträge entsprechend ihrer neuen Regeln geändert. Wie ihr euch denken könnt, heißt das, Wir haben mehr Arbeit. Jetzt warte erst mal ab und hör dir an, was sich ändert, Beatrice. Es ist nicht so viel. Wir fangen wie bisher um 17 Uhr an und machen pünktlich Schluss. Da ist auch, wie immer, die Pause drin. Was ändert sich? Ich beginne mit unserem Hauptauftraggeber der Firma Wandspacher. Ich beginne mit unserem Hauptauftraggeber der Firma Wandspacher. Die größte Änderung dort betrifft die Reinigung der Bodenflächen in den Produktionshallen. Wir setzen neu Trockendampfreiniger ein. Dafür wird es im Laufe dieser Woche noch Schulungen geben. Die Geräte sind nicht schwierig in der Anwendung. Im Prinzip funktionieren sie wie Staubsauger, die mit feuchter Luft arbeiten. Wir haben uns für den Kauf von Trockendampfreinigern entschieden, weil fast alle unsere Auftraggeber in ihren Firmengebäuden hygienesensible Bereiche haben und der Dampf auch eine desinfizierende Wirkung hat. Mit dem Trockendampfreiniger gewinnt ihr bei den Bodenflächen die Zeit, die ihr dann in den Büro- und Personalräumen mehr braucht, weil er ja gleichzeitig putzt und desinfiziert. Ihr müsst nicht mehr zweimal drüberwischen. Was müssen wir in den Büros und Personalräumen mehr machen? In den Büro- und Personalräumen reinigen und desinfizieren wir wie immer alle Türklinken und die Flächen rund um die Klinke, wo man sie beim Öffnen und Schließen anfasst. Die Fensterrahmen und Griffe und alle Stuhllehnen wie bisher, aber nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Abend. Ja, und in den Aufenthaltsräumen, den Teeküchen, den Kopierräumen und auf den Korridoren müsst ihr alles, womit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berührung kommen, reinigen und desinfizieren. Entschuldige, noch eine Frage zu den Büros. Du hast die Schreibtische gar nicht erwähnt. Die machen wir ja auch immer sauber. Was ist mit denen? Gut, dass du fragst. Die lassen wir in Zukunft in Ruhe. Dafür sind nur noch die Bürokräfte selbst zuständig. Dafür werden sie ausgestattet und bekommen gebrauchsfertige Multicleans in Spenderboxen. Was sind denn Multicleans? Das sind Hygienetücher, die reinigen und desinfizieren. Man kann sie für Hände und Oberflächen einsetzen. Die Bürokräfte haben die Tücher in bunten Spenderboxen auf dem Schreibtisch stehen. Ihr müsst abends für Ersatz sorgen, wenn ihr seht, dass nur noch sehr wenige Tücher drin sind. Packst du uns die Tücher auch auf die Reinigungswagen? Die Tücher sind erst bestellt und noch nicht da. Wenn sie da sind, sage ich euch Bescheid und mache es dann gleich. So, ich komme jetzt zu den Sanitärräumen. Die Firma Wandspacher hat die Spender für das Desinfektionsmittel nach dem Händewaschen und die Seifenspender ausgetauscht. Die sind jetzt berührungslos. Sie verwenden wieder Einmalhandtücher, weil das hygienischer als die Lufttrockner sein soll, wie man mir erklärt hat. Das wusste ich vorher auch nicht. Die Einmalhandtücher hat die Firma Wandspacher schon bestellt. Ihr müsst sie dort nur aus dem Lager holen. Und die Nachfüllseife und das Desinfektionsmittel? Da hat sich nichts geändert. Die bestellen wir wie bisher und stellen sie den Firmen dann in Rechnung. Die Kanister nehmt ihr wie immer auf euren Wagen mit. Aber es gibt für die Dispenser neue Schlüssel. Die werden euch am ersten Tag ausgehändigt. Ja, okay, Chef, das ist doch insgesamt schon viel mehr Arbeit. Gibt es dafür denn auch mehr Geld? Ja, wir stellen der Firma Wandspacher die Zusatzarbeit in Rechnung. Dazu sage ich später noch was. Jetzt aber noch zu. Hi, hier Tina. Ich bin bei einer Kundin, der wir ein falsches Netzkabel für ihren neuen Fernseher geliefert hatten. Ich wollte jetzt gerade das Kabel austauschen, habe aber wieder ein falsches dabei. Die Länge stimmt jetzt, aber der Stecker passt nicht. Er muss flach sein. Bitte pack ein 3-Meter-Kabel mit flachem Stecker ein, wenn du zu unserem gemeinsamen Termin um 15 Uhr in die Südstadt fährst, dann bringe ich das der Kundin hier später. Es wird wieder nichts mit einem pünktlichen Feierabend. Naja, selbst schuld. Danke und bis später. Hallo, Daniel hier. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss mich für morgen schon wieder entschuldigen. Nachdem ich endlich meine üble Erkältung überstanden habe, hat es jetzt meinen Sohn richtig schlimm erwischt. Vielleicht hat er sogar die Grippe. Er kann auf keinen Fall morgen in die Schule. Deswegen muss ich auch zu Hause bleiben. Eigentlich wollte ich ja morgen in der Teambesprechung endlich mal an alle weitergeben, was ich in der Fortbildung gelernt habe, aber das müssen wir dann wohl nochmal verschieben. Guten Tag, hier spricht Beate Mirke von der Gemüsegroßhandlung Mirke. Leider können wir den von Ihnen bestellten weißen Spargel aus Brandenburg nicht liefern, weil es wegen des trockenen Wetters weniger Ware gibt als erwartet. Als Ersatz dafür können wir Ihnen aber grünen Spargel anbieten, den wir aus Italien importieren. Der wäre dann vom Preis her sogar etwas günstiger. Falls Sie daran Interesse haben und wir den morgen mitliefern sollen, melden Sie sich bitte umgehend, am besten telefonisch bei mir. Danke. Hallo, hier spricht Max Grün von Business Solutions. Es geht um unser Büromaterial. Ich hatte Ihnen ja die Bestellung letzte Woche übermittelt, aber leider ist da wieder was schief gelaufen. Wir wollten 20 A4-Ordner und 5 Kartons Kopierpapier, aber Sie haben uns 5 Ordner und 20 Kartons Papier geliefert. Bitte schicken Sie jemanden vorbei, der das umtauscht. Und ich möchte Sie auch schon mal vorwarnen, dass ich das bei unserer nächsten Teamsitzung der Chefin mitteilen werde, weil es in letzter Zeit schon öfter Probleme mit den Materialbestellungen gab. Hallo, Katja, wir waren gerade bei einem Kunden in der Nähe vom Restaurant Die Goldene Gans. Dein Vorschlag war ja, bei unserem Betriebsausflug dort zu Mittag zu essen, aber die renovieren gerade und haben geschlossen. Da müssten wir also den Termin für den Ausflug verschieben, aber das ist ja immer schwierig. Es gibt hier eine schöne Alternative direkt am Seeufer. Wir haben gerade dort gegessen. Super lecker. Die könnten uns bestimmt ein sehr gutes Angebot für ein Buffet machen. Was meinst du? Ruf mich mal zurück. Hallo, hier ist Jessica Bühren von Outdoor Experience. Ihre Nachmeldung geht klar. Da es jetzt über 20 Personen sind, können wir ihnen einen Nachlass von 5% gewähren. Frau Holler, ihre ursprünglich vorgesehene Trainerin, musste leider kurzfristig für uns ins Ausland fahren. Deshalb wird jetzt Frau Altenstein, ebenfalls eine sehr erfahrene Trainerin, ihr Team betreuen. Am ersten Abend wird gegrillt. Ich bitte Sie, telefonisch noch besondere Essenswünsche durchzugeben. Mein Name ist Bühren B-U-H-R-E-N Die Telefonnummer 0541 876 45 2 Erinnern Sie Ihr Team bitte außerdem daran, festes Schuhwerk und lange Hosen mitzubringen. Beim Klettern dürfen Sie auch keinen Schmuck tragen. Wir freuen uns schon sehr auf das Wochenende mit Ihrem Team. Danke und bis bald! Hallo und herzlich Willkommen zur mündlichen Prüfung. Mein Name ist Sandra Meister und das ist mein Kollege Herr Behrens. Hallo! Diese Prüfung hat drei Teile. Im ersten Teil sprechen Sie über ein Thema, im zweiten Teil führen Sie ein Gespräch unter Kollegen und im dritten Teil sollen Sie gemeinsam eine Lösung für ein Problem finden. Würden Sie uns am Anfang bitte ganz kurz etwas über sich erzählen? Mein Name ist Juan Carlos Jiménez. Ich komme von Teneriffa und lebe seit zwei Jahren hier in Deutschland. In Teneriffa war ich Lehrer an einer Privatschule, aber hier bin ich jetzt Musiklehrer. Ich unterrichte Gitarre. Danke. Und Sie? Ich heiße Oksana de Sinova und komme aus der Ukraine und lebe seit drei Jahren hier. In der Ukraine habe ich schon in der IT-Branche gearbeitet. Hier in Deutschland möchte ich später eine Ausbildung zur Fachinformatikerin machen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Prüfung, zu Teil 1a. Herr Jiménez, fangen Sie bitte an. Suchen Sie sich ein Thema aus und sprechen Sie darüber. Ja, gerne. Ich möchte über Ereignisse und Erfahrungen sprechen, die meine Berufswahl beeinflusst haben. Bitte. Also, ich bin ja Musiker und Musik war schon immer ein Teil meines Lebens. Meine Eltern haben in einer Band gespielt. Als ich ein Baby war, haben sie mich immer mitgenommen und ich habe dann während der Konzerte geschlafen. Mit drei Jahren habe ich meine erste kleine Gitarre bekommen. Viele andere Kinder muss man ja zwingen zu üben, aber ich habe immer sehr gerne auf der Gitarre gespielt. Mein großes Vorbild war mein Onkel. Er war wirklich ein super Gitarrist und er hat sogar Preise gewonnen und er hat auch eine eigene CD veröffentlicht. Also, mein Onkel war schon sehr wichtig für mich. Und später in der Schule war ich im Schulorchester. Da habe ich allerdings schon Geige gespielt das ist mein zweites Instrument. Ich habe auch, als ich 17 war, mit ein paar Freunden zusammen eine Band gegründet. Später habe ich Musik studiert und war danach an einer Privatschule Musiklehrer. Bei einem Orchesterprojekt habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Sie hat damals ein freiwilliges soziales Jahr auf Teneriffa gemacht. Ich bin dann später zu ihr nach Deutschland gezogen und musste mir hier eine neue Arbeit suchen, weil ich hier nicht mehr an einer Schule unterrichten konnte. Deswegen bin ich jetzt Gitarren Lehrer an einer Musik Schule. Das macht mir sehr viel Spaß. Danke. Ich habe eine Frage. Sie haben die Band erwähnt, die Sie gegründet haben. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, gerne. Also, ich habe Gitarre gespielt, also akustische Gitarre, aber elektrisch verstärkt. Und ein Freund hat Schlagzeug gespielt und eine Freundin Klavier. Und ja, eine Sängerin hatten wir auch. Wir haben alle möglichen Songs gespielt, was man so kennt aus Rock und Pop. Wir haben aber auch selbst Songs geschrieben. Ich bin nicht so gut im Komponieren, aber mein Freund, der Schlagzeuger, der konnte ganz toll komponieren. Und unsere Sängerin hatte super Ideen für die Texte. Ah ja, mich würde interessieren, wie lange diese Band existierte. Ja, diese Band gab es eigentlich, bis ich Teneriffa verlassen habe. Danach hat sie sich leider aufgelöst. Zwei Bandmitglieder hatten zu der Zeit auch schon Familie und kleine Kinder und nicht mehr so viel Zeit. Und noch eine Frage, wo sind Sie mit dieser Band aufgetreten? Wir haben am Anfang natürlich auf Schulkonzerten gespielt oder auf privaten Festen. Auch auf Hochzeiten haben wir Musik gemacht und so ein bisschen Geld verdient. Und natürlich haben wir oft in Kneipen gespielt und auf Stadtfesten sind wir auch aufgetreten. Danke, Herr Jiménez. Frau Lissinova, jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, was Herr Jiménez darüber berichtet hat, wo die Band Konzerte gespielt hat. Könnten Sie mir das noch einmal erläutern? Ja, gerne. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er zuerst in der Schule und bei privaten Versen gespielt mit seiner Band. Sie sind auf Hochzeiten aufgetreten oder sie haben in Kneipen gespielt und auf Versen in der Stadt. Haben Sie auch verstanden, aus welchen Gründen die Band sich aufgelöst hat? Ja, ich glaube, das war, weil Herr Jiménez von Tenerife weggegangen ist. Außerdem hatten einige Mitglieder der Band auch weniger Zeit, weil sie schon Kinder bekommen hatten. Sinova, dann sprechen Sie jetzt bitte über Ihr Thema. Ja, also ich würde gerne eine Geschäftsidee beschreiben. Ich möchte später eine Ausbildung als Fachinformatikerin machen. Danach möchte ich mich selbstständig machen. Ich hoffe, das klappt. Für Computer habe ich mich schon immer interessiert. Ich finde es spannend, wie sie funktionieren und in Informatik war ich auch sehr gut in der Schule, weil ich nicht so gut vorstellen kann, immer eine Person über mir zu haben, die mir sagt, was ich tun muss, träume ich davon, mich nach meiner Ausbildung selbstständig zu machen. meine Idee ist, dass ich Gastronomie betrieben, also Imbissern, Cafés oder Restaurants anbiete, ihren Internetauftritt zu gestalten. Ich fotografiere auch sehr gern und ich stelle mir das so vor, dass ich eventuell auch kurze Interviews machen könnte mit den Personen, um sie so vorzustellen. Natürlich würde ich auch die Speisekarte zeigen, die speziellen Angebote und was Besonderes ist und die üblichen Sachen wie eine Wegbeschreibung und die Seite mit dem Kontakt und natürlich diese Währungsmöglichkeiten. Ganz wichtig finde ich auch die Bestellmöglichkeiten über das Internet. Ich glaube, wenn man das professionell macht, hilft das auch den Gastronomiebetrieben. Heutzutage orientieren sich ja fast alle über ihre Handys und recherchieren online, wo sie einen Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen können. Und ich finde, es gibt sehr viele Webseiten, die überhaupt nicht professionell gemacht sind und so potenzielle Gäste eher abschrecken. Ich denke, ich könnte da helfen. Außerdem kann ich den Leuten Tipps geben, wie sie schaffen, gute Bewertungen im Nebst zu bekommen. Das ist ja heutzutage sehr wichtig. Danke. Eine Frage auch an Sie. Wie möchten Sie Ihre zukünftigen Kundinnen und Kunden ansprechen? Ich habe hier einen großen Bekanntenkreis. Einige davon haben selbst schon Gastronomiebetriebe, zum Beispiel ein Café mit Spezialitäten aus der Ukraine. Für eine Freundin habe ich auch schon einen Internetauftritt gemacht. Es ist immer gut, ein Muster zu haben, ein Modell, auf das man verweisen kann. Ich habe festgestellt, dass es am meisten bringt, wenn man die Personen direkt anspricht. Deshalb habe ich vor, einfach in die Cafés oder Kneipen zu gehen und zu sagen, ich finde dein Essen super, aber ich glaube, dass man an deinem Internetauftritt noch einiges verbessern kann. Wenn du hier Unterstützung möchtest, kann ich das anbieten. Natürlich nicht umsonst, ich muss ja auch Geld verdienen, aber ich habe faire Preise. Glauben Sie, dass Sie davon leben können? Ich habe mir das so überlegt, dass ich das am Anfang nebenher mache. Das heißt, ich suche nach meiner Ausbildung Teilzeitstelle und fange nebenher an mit dieser Geschäftsidee. Idealerweise bekomme ich vielleicht eine Teilzeitstelle, damit ich genug Zeit habe. Wenn ich dann genug Aufträge habe, dann kann ich auch die feste Stelle kündigen. Danke, Frau Lissinova. Herr Jiménez, ich habe jetzt eine Bitte an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, was Frau Lissinova zum Thema Kundenakquise gesagt hat. Wie möchte Sie Ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber finden? Könnten Sie mir das bitte kurz erläutern? Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte sie erst einmal mit ihrem Freund kreis anfangen. Sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie für eine Freundin schon einen Internet Auftritt gemacht hat. Und eine Idee von ihr ist noch, dass sie einfach direkt zu den Personen hingeht und ihnen erzählt, was sie macht. So will sie versuchen, die Leute von ihrem Angebot zu überzeugen und Aufträge zu bekommen. Sagen Sie mir bitte auch noch, was Frau Lissinova nach ihrer Ausbildung vorhat. Sie möchte zuerst eine Stelle suchen, wenn es klappt in Teilzeit. Parallel dazu möchte sie sich selbstständig machen. Wenn sie mit ihrer selbstständigen Arbeit genug Geld verdient, plant sie, diese feste Stelle zu kündigen. Vielen Dank, das war Teil 1. Wir kommen jetzt zu Teil 2. Wir kommen jetzt zu Teil 2. Sie sind Kollegen und führen ein Gespräch in der Pause. Dazu bekommen sie zwei Fragen. Frau Lissinova, fangen Sie bitte an und beginnen Sie das Gespräch. Ich pendle täglich über eine Stunde mit dem Bus zur Arbeit. Wie sieht es bei dir aus? Oh, du fährst fast eine Stunde. Das ist aber lang. Ich brauche nur 15 Minuten und fahre meistens mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Aber was magst du, wenn das Wetter schlecht ist? Wenn es regnet, fahre ich trotzdem meistens mit dem Fahrrad. Aber im Winter, wenn es sehr kalt ist, fahre ich auch mal mit dem Auto. Warum fährst du denn nicht mit dem Auto? Früher bin ich auch oft mit dem Auto gefahren, aber jetzt haben wir nur noch ein Auto in der Familie und das braucht immer mein Mann, weil er seine Arbeit nicht mehr den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Wo wohnst du eigentlich, wenn du so lange zur Arbeit fahren musst? Naja, ich wohne außerhalb der Stadt, ziemlich weit auf dem Land. Aber die Busverbindung ist okay? Ja, morgens und abends schon. Spät am Abend und am Wochenende gibt es wenige Verbindungen. Aber für den Berufsverkehr, also zu den Zeiten, an denen die Leute zur Arbeit und wieder nach Busse morgens dann sehr voll? Weißt du, weil ich so weit außerhalb einsteige, bekomme ich immer einen Sitzplatz. Aber je näher man ans Zentrum kommt, desto voller wird es. Am Ende müssen immer einige Leute stehen. Das kenne ich. Ich bin früher auch morgens mit der S-Bahn gefahren. Da habe ich eigentlich nie einen Sitzplatz bekommen. Das fand ich immer sehr anstrengend. Und vor allem abends müde, dann wieder in eine volle Bahn. Das war stressig. Danke. Herr Jiménez, stellen Sie bitte die nächste Frage. Ja. Was machst du im Sommer? Hast du schon Pläne für den Urlaub? Wir wissen das noch nicht so genau. Wir würden gern meine Familie besuchen, also meine Eltern. Sie leben in einer kleinen Stadt in der Ukraine und ich habe dort auch noch viele andere Verwandte. Die freuen sich immer alle uns zu sehen. Aber die Fahrten dahin sind leider zu teuer. Das können wir uns nicht jedes Jahr leisten. Ja, das verstehe ich. Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe auch noch viel Verwandtschaft in meinem Heimatland. Da muss man dann aber immer hinfliegen und das Gepäck kostet extra und mit den Kindern. Das ist auch nicht so stressfrei. Ja, genau. Deshalb machen wir dieses Jahr vielleicht einfach Urlaub an der Nordsee. Da war ich noch nie und mein Mann wollte mir das endlich einmal zeigen. Ich glaube, für die Kinder ist es auch sehr schön dort. Sie können dann einfach viel im Sand spielen. Und ihr? Was macht ihr? Na ja, meine Schwägerin heiratet und ich habe für das Fest sehr viel organisiert. ist ja auch gar nicht weg fahren, weil die Hochzeit Mitte in meinem Urlaub liegt. Davor muss ich noch sehr viel vorbereiten. Nach der Feier brauche ich sicher einfach nur Erholung. Ich glaube, da will ich nur ein paar Tage bei mir zu Hause auf dem Sofa bleiben und ein bisschen im Park spazieren gehen und sonst nicht viel machen. Vielen Dank, das war Teil 2. Vielen Dank, das war Teil 2 der Prüfung kommen wir zum letzten Teil. Sie sollen als Kollegen Lösungswege diskutieren. Hier sind die Situation und ein paar Stichwörter, die Ihnen helfen können. Bitte lesen Sie das Problem und beginnen Sie dann. Juan Carlos, bist du fertig? Ja, alles klar. Willst du anfangen? Ja, okay. Du weißt ja, dass unser Computerprogramm für die Zimmerbuchungen schon ein paar Mal nicht funktioniert hat und Gäste ein Zimmer gebucht hatten und wir von nichts wussten. Ja, schrecklich. Mir ist das auch passiert. Ich stand an der Rezeption und eine Frau wollte einchecken und ich hatte keine Buchung von ihr. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir vorgehen. So etwas darf nicht passieren. Wir sind ein Hotel. Unsere Gäste kommen nach einer langen Reise vom Flughafen hier an und erwarten, dass sie ein Zimmer bekommen. Du hast recht. Wenn eine Buchung nicht geklappt hat, ist das eine Katastrophe. Lass uns einfach mal Ideen sammeln, was wir tun können. Mir fällt da gerade etwas ein. Wir könnten zuallererst auf unserer Webseite das Buchungssystem ausschalten und die Gäste bitten, dass sie uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren und persönlich bei uns buchen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ein Hotel ohne elektronisches Buchungssystem. Aber auf der anderen Seite haben noch vor ein paar Jahren alle Hotels es so gemacht. Es müsste halt Tag und Nacht jemand nur für die Buchungen da sein. Ja stimmt. Das ist viel Zusatz Arbeit. Und wir werden Gäste verlieren, weil das mehr Zeit kostet. Also keine so gute Idee. Was schlägst du vor? Das Computerprogramm war teuer und wir können erwarten, dass es funktioniert. Ich würde sagen, wir reklamieren bei der Computerfirma, dass sich gleich ein Programmierer darum kümmert. Ja, das finde ich gut. Aber wir müssen uns überlegen, was wir bis dahin machen. Was machen wir, wenn das Buchungssystem wieder einen Fehler macht und noch ein Gas vor uns steht, dem wir kein Zimmer geben können? Lass uns vorher noch überlegen, was wir den Gästen als Entschädigung anbieten, bei denen der Fehler schon passiert ist. Wir hatten bisher zum Glück immer ein Zimmer frei und mussten niemanden wegschicken. Wir haben den Gästen dann mit einer Entschuldigung Blumen aufs Zimmer gebracht, aber manche waren doch ziemlich böse. Was meinst du, was wäre eine gute Entschädigung? Ich schlage vor, wir schicken Ihnen nachträglich noch einen Gutschein mit einer Gratis Übernachtung. Das wird teuer. Wollen wir nicht lieber einen Gutschein mit einer Ermäßigung für die nächste Buchung schicken und uns noch einmal entschuldigen? Ja, auch gut, einverstanden. Und was wollen wir als Entschädigung von der Computerfirma? Zuallererst sollen Sie den Schaden beheben. Dafür zahlen wir natürlich nichts. Und dann sollen Sie sich überlegen, was Sie uns anbieten. Wir könnten verlangen, dass Sie die Entschädigung für die Hotelgäste zahlen. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall könnten wir die Programmierfirma auch fragen, ob das in anderen Hotels auch passiert ist. Stimmt, die Antwort würde mich auch interessieren. Meinst du, es wäre besser, gleich nach einem neuen Programm zu fragen oder den Vertrag sofort zu kündigen und eine andere Firma zu suchen? Du meinst, dass wir ein ganz anderes Buchungssystem verlangen? Ich weiß nicht. Das finde ich nicht so gut. Ich bin dafür, dass wir nicht gleich wechseln. Alle Mitarbeiter sind so gut in das Programm eingearbeitet. Und der Programmierfirma sollten wir erstmal die Chance geben, das System zu reparieren. Stimmt, du hast ja auch nicht, ob das neue Programm besser wäre. Dann geben wir der Firma und dem Programm noch eine Chance. Und wenn es wieder nicht klappt, könnten wir auch die Firma wechseln. Okay, dann machen wir es so. Ja, vielen Dank, die mündliche Prüfung ist jetzt zu Ende. Farbenhandlung Regenbogen, Basler am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Malermeister Fechner. Ich bin ja schon lange ein zufriedener Kunde bei Ihnen, aber kürzlich hatte ich leider Ärger mit einer Außenfarbe. Da musste ich eine Garagenwand dreimal streichen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dabei war die Farbe gar nicht billig. Ich habe eine ziemlich hohe Rechnung bezahlt. Ja, das wollte ich Ihnen sagen. Und auch fragen, können Sie mir da vielleicht einen anderen Typ Farbe empfehlen? Farbenhandlung sagen, können Sie mir sagen, können Sie mir da vielleicht einen anderen Typ Farbe empfehlen? Herr Fechner, das tut mir sehr leid. Schon einige Kunden haben uns gesagt, dass sie mit dieser Farbe Probleme hatten. Wir führen sie deshalb gar nicht mehr in unserem Sortiment. Aber ich kann Ihnen die Farbe Alle Wetter Pro empfehlen. Mit der haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Betrag der alten Rechnung kann ich aus Buchhaltungsgründen leider nichts mehr machen. Aber wenn Sie jetzt wieder bei uns einkaufen, dann gebe ich Ihnen auf die nächste Lieferung einen Nachlass in Höhe von 50 Prozent des damaligen Rechnungsbetrags. Ja, danke. Das ist doch ein gutes Angebot. Ich schaue mir die Farbe auf Ihrer Homepage an und melde mich dann nochmal. Sehr gerne, Herr Fechner. Und vielen Dank für Ihr Verständnis. Hallo, Frau Bertram. Hallo, Herr Sauter. Schön, dass Sie pünktlich sind. Fangen wir gleich an. Wir müssen heute viel besprechen. Ja, natürlich, Herr Wachtler. Also, es geht um unsere Teilnahme an der Messe. Die Messe ist zwar erst in zwei Monaten, aber ich möchte, dass wir in Ruhe alles planen. Wir wollen dort ja vor allem unsere neue Maschine präsentieren. Und das müssen wir natürlich entsprechend vorbereiten. Und jetzt möchte ich von Ihnen hören, wie da der aktuelle Stand ist. Ja, also, zum Stand der Organisation kann Ihnen sicher Herr Sauter gleich etwas sagen. Mein dringendstes Problem ist der Prospekt zu der Maschine. Die Werbeagentur, die ich damit beauftragt habe, hat den Entwurf immer noch nicht geliefert. Dann rufen Sie bitte dort nachher gleich an und sagen Sie, dass wir den Entwurf unbedingt Anfang nächster Woche brauchen. Ja, wird erledigt. Gut. Denn wir müssen ja den Entwurf noch freigeben, bevor die Prospekte dann gedruckt werden können. So, Herr Sauter, kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sieht es denn bitte mit dem Messestand aus? Da ist alles organisiert. Die Standfläche habe ich schon gebucht und den Plan, wer wann am Stand ist, habe ich auch fertig. Und natürlich habe ich auch für alle, die mitfahren, die Hotelzimmer gebucht. Wunderbar, dann ist das ja schon erledigt. Vielen Dank dafür. Hi Stefan, wie gefällt es dir denn in der neuen Firma? Naja, ich bin ein bisschen genervt von den zwei Bürohunden. Oh, bei euch gibt es Bürohunde. Das ist doch toll. Ja, für die Hundebesitzer. Und die anderen Kollegen sind von den Hunden auch ganz angetan. Du nicht? Du hast doch nicht etwa Angst vor Hunden? Nein, ich bin einfach kein Hundefan und das ganze Büro riecht nach Hund. Das mag ich nicht. Kannst du das nicht mal ansprechen? Auf keinen Fall. Ich bin neu in der Firma und muss mich wohl anpassen. Ich möchte mich auch nicht gleich bei allen unbeliebt machen. Ja, das kann ich verstehen. Hallo Uta, ist das dein Hund? Hi Maike, ja, ich habe ihn seit sechs Wochen. Der ist ja süß. Aber wo bleibt er, wenn du arbeitest? Nimmst du ihn mit? Dann komme ich öfter in eure Abteilung rüber. Leider nicht. Meine Mutter kommt mittags und kümmert sich um ihn. Ich habe in der Firma gefragt, ob er mit darf. Aber ein Kollege hat eine Allergie gegen Hundehaare. Und wir haben ja nur ein Großraumbüro. Schade. Bürohunde sollen ja für eine größere Zufriedenheit und weniger Stress sorgen. Ja, sie lockern auch die Stimmung auf und beugen Depressionen und Burnout vor. Ich habe auch den Artikel in der Mitarbeiterzeitung gelesen. Wenn du ein Einzelbüro hättest, könntest du ihn sicher mitnehmen. Aber gut, dass deine Mutter dir hilft. Liebe Leitende, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Präsentation über die Lage der Datensicherheit in Ihrem Unternehmen. Sie kennen mich ja bereits. In den vergangenen Wochen war ich als externe Beraterin für Datensicherheit in Ihren Abteilungen unterwegs und habe mich unter anderem mit Ihnen, aber auch den Mitarbeitenden Ihrer Abteilungen unterhalten. Heute möchte ich Ihnen die Ergebnisse präsentieren. Wie konnte es in der Vergangenheit dazu kommen, dass ein Virus Ihr Netzwerk lahmgelegt hat und ein Hacker sich Zugriff zu Ihren Kundendaten verschaffen konnte? Zu Ihrer Erleichterung kann ich gleich sagen, dass Sie im Prinzip gut aufgestellt sind. Dass es doch zu den genannten Problemen gekommen ist, lag an menschlichen Sicherheitslücken. Wir haben festgestellt, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Datenschutzregeln zwar kennen, alle haben die Datenschutzregeln gelesen und unterschrieben. Gelegentlich werden die Regeln aber nicht so genau genommen und Ihre Mitarbeiter verhalten sich sorglos, indem Sie Mails auch auf dem privaten Mobiltelefon oder dem Notebook zu Hause lesen. Oder die Anhänge verdächtiger E-Mails öffnen, anstatt sie zu melden oder die Mail gleich zu löschen. Wenn Sie verhindern möchten, dass sich Kriminelle erneut an Ihren Daten bedienen, müssen Sie hier nachbessern. Ja, aber was können wir dafür tun? Muss eventuell auch die Technik erneuert werden? Wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass sich Kriminelle erneut an Ihren Daten bedienen, müssen Sie hier nachbessern. Ja, aber was können wir dafür tun? Muss eventuell auch die Technik erneuert werden? Wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass Sie bereits über alle notwendigen technischen Mittel verfügen. Neue Regeln kommen auch nicht dazu. Ihre Aufgabe wird es sein, und das ist keine leichte, das kann ich Ihnen versichern, Ihre Mitarbeitenden erneut und immer wieder auf die vereinbarten Regeln zur Datensicherheit hinzuweisen und die Einhaltung zu kontrollieren. Machen Sie nochmal auf die Konsequenzen aufmerksam, die ein sorgloser Umgang mit den Regeln für die Sicherheit haben kann. Machen Sie auch deutlich, dass Ihr Unternehmen das Nichtbeachten der Regeln in Zukunft sanktioniert? Das muss den Mitarbeitenden bewusst sein. Es geht um die Sicherheit innerhalb Ihres Unternehmens und letztendlich auch um das Vertrauen Ihrer Kunden und Geschäftspartner. Gut, aber was sollen wir beachten? Können Sie uns da genaueres sagen? Gut, aber was sollen wir beachten? Können Sie uns da genaueres sagen? Dazu komme ich jetzt. Was muss zukünftig also strenger als bisher beachtet werden? Geschäftliche E-Mails von privaten Notebooks sind weiterhin nicht erlaubt. Dafür dürfen nur die Computer im Unternehmen oder die besonders gesicherten Dienstnotebooks eingesetzt werden. Dateien, die das Unternehmen betreffen, sind ausschließlich auf diesen Geräten zu speichern und für alle abzulegen. Im Moment überprüfen wir noch, inwieweit die Cloud den Anforderungen entspricht und werden Sie dann informieren. Bis dahin bitte kein Hochladen von Dokumenten und Dateien in die Cloud und auch keine Sicherung dort. Videokonferenzen dürfen nur noch über ein gesichertes Konferenzprogramm stattfinden. Andere Programme sind dafür nicht mehr erlaubt. Und was ist mit den Handys? Gut, dass Sie das ansprechen, Herr Müller. In den nächsten Monaten werden die meisten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihrem Unternehmen ein Diensthandy ausschließlich für den geschäftlichen Gebrauch bekommen. Nur darüber dürfen Telefonate mit Kunden oder Geschäftspartnern geführt werden. Ihren Mitarbeitern geht eine schriftliche Vereinbarung zu, welche Apps Sie auf dem Diensthandy installieren dürfen. Keine privaten Chats oder Mails über dieses Telefon, auch nicht mit Kolleginnen und Kollegen. Ihr Unternehmen wird das kontrollieren und in einzelnen Fällen auch Handyrechnungen oder aufgerufene Webseiten überprüfen. Werden denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auch geschult? Hi, hier ist Mario. Ich bin gerade im Veranstaltungsraum und checke alles für unseren großen Auftritt. Auf diesem Laptop hier ging die Datei ganz schnell auf und die Folien laufen super. Das habe ich schon kontrolliert. Der Beamer funktioniert auch. Aber mir ist aufgefallen, dass wir keine Ersatzbatterien für die Fernbedienung haben. Die Batterien sind eigentlich neu, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Kannst du bitte noch welche besorgen? Ansonsten ist alles da. Ich habe sogar dieses Mal an das Verlängerungskabel gedacht. Dann danke und bis nachher. Tschüss. Hallo, hier spricht nur. Wir hatten ja extra unseren Urlaub später geplant, damit wir an dem Wochenende vom Stadtfest noch da sind. Ich weiß, dass ihr da ganz viele Leute braucht. Jetzt muss aber mein Mann am Samstag auf eine Fortbildung. Greta ist ja krank und wir haben niemanden gefunden, der auf sie aufpasst. Ich kann dafür aber am Sonntag arbeiten. Da war ich ja bisher nicht eingeplant. Bitte melde dich schnell bei mir. Danke. Hallo, hier Spägenhaus von der Firma Walter & Co. Es gibt ein großes Problem. Die Klimaanlage, die Sie erst letzte Woche gewartet haben, ist schon wieder defekt. Wir haben in unseren Büroräumen jetzt über 30 Grad. Das ist nicht akzeptabel. Schicken Sie bitte umgehend einen Techniker, der das in Ordnung bringt. Das muss heute noch erledigt werden. Bis 17 Uhr bin ich im Büro. Nach 17 Uhr können Sie mich anrufen. Dann komme ich in die Büroräume. Ich wohne in der Nähe. Meine Nummer ist 01 55 79 323 4. Und mein Name ist Spägenhaus. Das schreibt man mit Ä, also S-P-Ä-I-N-G-H-A-U-S. Bis hoffentlich bald. Hallo, hier spricht Angelika Apic von Logistik Müller. Sie hatten uns gestern wegen des Kopierpapiers und anderer Artikel angerufen. Unsere Aushilfe hat diesmal die Aufstellung gemacht. Sie kennt sich leider noch nicht gut aus. Von den blauen Stiften wollen wir 30 Stück, nicht 30 Kartons. Die Artikelnummern sind da ähnlich. Aber stornieren Sie bitte alles. Ich mache das gleich alles nochmal richtig über Ihr Online-Formular. Letztes Mal mussten wir ja leider viel umtauschen. Das war nicht so erfreulich. Sie können mich unter der Nummer 0 69 542 86 12 erreichen. Ich heiße Apic, das schreibt man A-P-I-T-Z-S-C-H. Ach, und ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich noch keine Rückmeldung zu den Möbeln habe. Da müssen wir noch warten. Danke. Guten Tag, hier spricht Timo Gieshübel vom Modepark. Es geht um die Flyer, die Sie für uns entwerfen und drucken sollen. Sie haben uns ja die Kalkulation über 1000 Stück geschickt. Das liegt deutlich unter unserem Budget. Schicken Sie uns doch bitte auch die Preise für 2000 Stück. Ihr erster Entwurf hat uns schon gut gefallen. Nur die Adresse ist noch die alte. Falls Sie noch Fragen haben, mein Name ist Gieshübel. G-I-E-S-Z-H-Ü-B-E-L Die Telefonnummer ist die 0187 432 77 9. Ach ja, noch etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob der blaue oder der grüne Hintergrund besser ist. Wir müssten auch bald über die Termine für den Katalog sprechen. Danke. Hallo, hier spricht Roland Wörlich von Geritek. Wir kommen am Freitag so ungefähr um 3 Uhr nachmittags mit 5 Personen. Rufen Sie mich doch bitte mal zurück. Meine Nummer ist 0 3 14 276 67 4. Roland Wörlich W-O-E-H-R-L-I-G Sollen wir ein Taxi zu Ihrer Firma nehmen oder holen Sie uns vielleicht sogar ab? Wenn es nicht weit ist, können wir auch zu Fuß gehen. Danke. Hallo, das ist eine Nachricht von Mila Röhm-Janak von der Firma Konrad. Es geht um den Raum, den ich für unsere Veranstaltung am 11.11. brauche. Es muss bitte der größere Raum sein. Mit Tischen und Stühlen für 5 und... Nein, zur Sicherheit lieber für 30 Personen, bitte. Und eine Frage noch. Sie haben gesagt, Sie können dann Getränke bereitstellen. Ist es denn möglich, dass Sie uns auch Kuchen dazu anbieten oder soll ich den woanders bestellen? Ist denn in dem Raum eine gute Musikanlage vorhanden? Bitte rufen Sie mich morgen Vormittag unter folgender Nummer zurück. 040 14 474 05 Ach und hier auch nochmal mein Name. Röhm-Y-A-N-A-K Röhm-Janak Danke. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Prüfung zu Teil 1a. Herr Jimenez, fangen Sie bitte an. Suchen Sie sich ein Thema aus und sprechen Sie darüber. Ja, gerne. Ich möchte über Ereignisse und Erfahrungen sprechen, die meine Berufswahl beeinflusst haben. Bitte. Also, ich bin ja Musiker und Musik war schon immer ein Teil meines Lebens. Danke. Ich habe eine Frage. Sie haben die Band erwähnt, die Sie gegründet haben. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, gerne. Also, ich habe Gitarre gespielt, also akustische Gitarre. Danke, Herr Jimenez. Frau Lissinova, jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, was Herr Jimenez darüber berichtet hat, wo die Bandkonzerte gespielt hat. Könnten Sie mir das noch einmal erläutern? Ja, ich glaube, das war, weil Herr Jimenez von Tenerife verwendet hat. Danke. Frau Lissinova, dann sprechen Sie jetzt bitte über Ihr Thema. Ja, also, ich würde gerne eine Geschäftsidee beschreiben. Ich möchte später... Danke. Eine Frage auch an Sie. Wie möchten Sie Ihre zukünftigen Kundinnen und Kunden ansprechen? Ich habe hier einen großen Bekanntenkreis. Einige davon haben selbst schon Gastronomiebetriebe, zum Beispiel... Danke, Frau Lissinova. Herr Jimenez, ich habe jetzt eine Bitte an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, was Frau Lissinova zum Thema Kundenakquise gesagt hat. Wie möchte Sie Ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber finden? Könnten Sie mir das bitte kurz erläutern? Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Sie erst einmal mit Ihrem Freundeskreis anfangen. Sie hat zum Beispiel erzählt... Vielen Dank. Das war Teil 1. Ich habe das Thema gutes Arbeitsumfeld gewählt. Für dieses Thema habe ich mich entschieden, weil das Arbeitsumfeld ganz wichtig für den Beruf ist. Also, ich finde es wichtig, eine gute Arbeit zu finden. Aber was ist eine gute Arbeit für mich? Der Aspekt der Jobsicherheit ist für mich noch nicht so interessant, weil ich noch jung und flexibel bin. Ich möchte in verschiedenen Firmen arbeiten, um unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Aber ich denke, wenn man Familie will, ist Sicherheit im Job wichtig. Zum Thema Lohn und Gehalt habe ich folgende Einstellungen. Meiner Meinung nach muss die Bezahlung schon fair sein. Ich will auf jeden Fall so viel verdienen, dass ich mir eine schöne Wohnung leisten kann und ein Auto. Einmal im Jahr in Urlaub zu fahren, wäre natürlich auch nicht schlecht. Was die Karrierchancen angeht, ich kann mir nicht vorstellen, 40 Jahre lang denselben Job zu machen. Es ist mir wichtig, mich auch beruflich immer weiterzuentwickeln. Und ich wünsche mir, dass eine Firma das auch unterstützt, sodass man zum Beispiel Weiterbildungen machen kann. Zur Kommunikation in der Firma kann ich folgendes sagen. Ich finde es notwendig, dass die Chefin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Entscheidungen klar mitteilt. Als eigenes Beispiel kann ich von meinem Praktikum berichten. Da war die Kommunikation leider nicht so gut. Ich habe in einer Eventagentur gearbeitet und die Chefin hat dort nie mit den Mitarbeitenden über ihre Entscheidungen gesprochen. Deshalb waren die Mitarbeitenden oft unsicher, was sie machen sollten und das Betriebsklima war auch nicht sehr gut. Thema 1 Sie haben uns ja einen Arbeitgeber vorgestellt, den Sie interessant finden. Können Sie sich auch vorstellen, in einer ganz anderen Branche zu arbeiten und warum bzw. warum nicht? Thema 2 Sie haben darüber gesprochen, wie ein gutes Arbeitsumfeld für Sie aussieht. Bitte erklären Sie uns jetzt noch, welche Aspekte für Sie im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig sind. Thema 3 Sie haben ja über Ihre Berufswahl gesprochen. Eine Frage dazu, wo sehen Sie sich in zehn Jahren beruflich? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ja, welchen Beruf möchten Sie in zehn Jahren ausüben? Was möchten Sie bis dahin erreichen? Wo möchten Sie dann arbeiten? Inwiefern können Sie sich vorstellen, selbst einmal ein berufliches Vorbild für andere Personen zu sein? Was können Sie gut? Was möchten Sie weitergeben? Thema 5 Sie haben jetzt die Arbeitssuche in Ihrem Land beschrieben. Haben Sie hier in Deutschland auch schon einmal eine Arbeit gesucht? Falls ja, wie? Thema 6 Hatten Sie schon einmal ein Bewerbungsgespräch hier in Deutschland? Oder hat Ihnen jemand von einem Bewerbungsgespräch berichtet? Wie lief das ab? Thema 7 Sie haben uns gerade ein Produkt beschrieben. Sie haben uns erklärt, wie Sie sich einen guten Job haben. Arbeitsumfeld vorstellen. Mich würde noch interessieren, wie für Sie ideale Arbeitszeiten aussehen. Mir ist Flexibilität sehr wichtig. Ich stehe zum Beispiel nicht so gerne früh auf und finde es gut, wenn ich erst um neun oder sogar erst um zehn in der Firma sein muss. Dafür würde ich abends auch gerne noch länger arbeiten, wenn etwas Dringendes zu erledigen ist. Mich würde auch Ihre Meinung zum Thema Überstunden interessieren. Ja, also wie gesagt, ab und zu abends länger bleiben ist schon in Ordnung. Aber ich finde, die Überstunden müssen dann auch bezahlt werden. Oder man muss sie durch Freizeit ausgleichen dürfen und dann eben später weniger arbeiten. Besteht bei Ihnen prinzipiell die Bereitschaft, auch am Wochenende zu arbeiten? Ja, wieso nicht? Also nicht jedes Wochenende. Aber gelegentlich könnte ich mir das schon vorstellen. Frau Wu, könnten Sie mir bitte noch einmal erläutern, was Herr Akin zum Thema Arbeitszeiten gesagt hat? Ja, er arbeitet gern flexibel. Und er arbeitet lieber abends als morgens. Überstunden findet er akzeptabel. Also er ist dazu bereit, manchmal welche zu machen. Herr Akin findet aber, dass die Überstunden dann natürlich auch bezahlt werden müssen. Oder er möchte dafür einen Ausgleich durch mehr Freizeit. Zum Thema Wochenendarbeit. Ja, damit ist er prinzipiell auch einverstanden. Aber nicht regelmäßig. Sie haben uns ja einen Arbeitgeber vorgestellt, den Sie interessant finden. Können Sie sich auch vorstellen, in einer ganz anderen Branche zu arbeiten? Und warum, beziehungsweise warum nicht? Ja, also, wie gesagt, würde ich ja am liebsten Arzthelferin werden. Aber wenn ich es nicht schaffe, da einen Ausbildungsplatz zu bekommen, kann ich mir auch vorstellen, einen erzieherischen Beruf zu erlernen. Ich glaube, ich kann gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Das würde mir sicher auch viel Spaß machen. Sie haben ja das Praktikum erwähnt, das Sie absolviert haben. Haben Sie denn sonst schon praktische Berufserfahrungen gesammelt? Ja, ein bisschen Erfahrung habe ich. Mein Onkel hat einen Kopierladen und da habe ich schon oft ausgeholfen. Was genau waren da Ihre Aufgaben? Naja, ich habe Papier nachgefüllt, Kunden geholfen, wenn sie mit den Maschinen nicht klarkamen, kassiert und so weiter. Vielen Dank. Könnten Sie mir bitte noch einmal erläutern, in welcher Branche sich Frau Karnowski noch vorstellen kann zu arbeiten und welche Berufserfahrungen sie zusätzlich zu ihrem Praktikum schon gesammelt hat? Was machst du denn abends? Treibst du Sport? Äh, ob ich Sport treibe? Ja, genau. Also machst du eigentlich irgendwas? Joggen, Fußball, Fitnesscenter? Naja, früher war ich in einer Fußballmannschaft. Da habe ich dreimal pro Woche trainiert. Respekt. Dreimal die Woche Training, das ist ja ganz schön sportlich. Ja, nicht schlecht, oder? Aber dann hatte ich leider Probleme mit dem Knie und musste aufhören. Das ist aber schade. Machst du denn jetzt etwas anderes? Ja, ich gehe jetzt manchmal zum Tanzen. Salsa. Dafür braucht man auch ganz schön Kondition. Und du? Bei mir ist das ganz anders. Ich war noch nie sehr sportlich. Fußball interessiert mich schon, aber eher als Zuschauerin. Ich sehe mir wichtige Spiele im Fernsehen an. Und selbst machst du keinen Sport? Aktiv, meine ich. Doch. Meine Ärztin hat nämlich gesagt, dass ich unbedingt Sport machen muss. Deshalb gehe ich einmal pro Woche schwimmen. Ah, du gehst regelmäßig schwimmen? Wo denn? Ich suche nämlich auch schon länger nach einer guten Möglichkeit zum Schwimmen. Im Sommer fahre ich einfach mit dem Fahrrad an den Waldsee. Da ist es wirklich schön. Und im Winter gehe ich dann eben ins städtische Schwimmbad. Wenn man gleich früh morgens geht, ist es auch nicht so voll. Ah, ja. Danke. Das ist ja interessant. Ich hätte gerne Gleitzeit. Du auch? Äh, Gleitzeit? Was ist das denn? Hm, also ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht so genau. Komisch. Da sollte uns der Chef doch erstmal erklären, was das ist. Ich finde nicht gut, wenn in der Firma einfach etwas Neues gemacht wird und wir Mitarbeiter wissen gar nicht, worum es geht. Oder was meinst du? Ja, da stimme ich dir zu. Ich finde das Thema Arbeitszeiten ist wichtig und es gibt immer viele Meinungen dazu. Wir könnten ja mal den Betriebsrat fragen, was das ist. Oder? Der Betriebsrat weiß das bestimmt. Die Kollegen vom Betriebsrat sprechen ja auch mit der Geschäftsleitung, wenn es Änderungen im Betrieb geben soll. Wir können ja gleich mal Alexandra anrufen. Die ist doch im Betriebsrat. Herr Witzig. Mit der bin ich gleich zum Mittagessen verabredet. Komm doch mit und... Es gibt Pläne, bei uns Gleitzeit einzuführen. Wie findest du das? Gleitzeit? Was war das denn nochmal genau? Kannst du mir das erklären, bitte? Gleitzeit ist, wenn du morgens zum Beispiel zwischen sieben und zehn Uhr zur Arbeit kommen kannst. Also hättest du gern Gleitzeit? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie gearbeitet. Ich war nur in der Schule und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Aber warum würdest du denn gerne Gleitzeit haben? Naja, ich finde eine feste Anfangszeit einfach stressig. Weißt du, ich habe zwei kleine Kinder und bis die morgens immer fertig sind, das dauert oft total lang. Da ist es einfach entspannter, wenn ich nicht um Punkt acht Uhr bei der Arbeit sein muss. Ach, du hast zwei Kinder. Das ist ja schön. Wie alt sind die denn? Meine Große ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Und der Kleine ist vier Jahre alt. Und du? Hast du eigentlich auch Kinder? Ja, ich habe drei Kinder. Der älteste ist... Du, ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Salatöl. Einige Gäste haben sich darüber beschwert. Ich hatte dasselbe Problem. Eine Stammkundin hat den Salat sogar zurückgehen lassen. Und wie hast du reagiert? Ich habe mich entschuldigt und dann in der Küche das Öl probiert. Es schmeckte tatsächlich etwas bitter. Der Stammkundin habe ich statt dem Salat die Suppe zum Mittagsmenü gebracht. Damit war sie zufrieden. Was hältst du davon, wenn wir uns zuerst das Öl nochmal genau ansehen? Vielleicht war ja nur diese eine Flasche schon abgelaufen. Ja, stimmt. Das sollten wir zuerst tun. Und wir sollten auch mit der Küchenchefin sprechen. Die muss wissen, worüber sich die Gäste beschweren. Was meinst du, wie könnten wir die anderen Gäste kontaktieren? Wir könnten sie direkt ansprechen und sie fragen, wie sie das Öl finden. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Wenn sie sich nicht über das Öl beschweren, dann würde ich sie auch nicht darauf ansprechen. Ja, du hast recht. Das ist sicher besser. Wenn aber wirklich mehrere Flaschen schlecht sind, müssen wir den Lieferanten kontaktieren. Das ist ein guter Vorschlag. Dem Lieferanten sollten wir auf jeden Fall Bescheid sagen. Vielleicht sind wir ja nicht das einzige Restaurant, in dem es Beschwerden gab. Ich finde, wir sollten wieder dasselbe Öl nehmen wie früher. Und auch wieder den alten Lieferanten. Das war doch gut. Das sehe ich auch so. Aber wir können das nicht alleine entscheiden. Der Chef hat das neue Öl genommen, weil es billiger ist. Man sollte mit der Küchenchefin und mit dem Chef darüber sprechen. Wenn die Gäste sich so oft beschweren, ist das nicht gut. Ich kann mich darum kümmern. Und dann können Sie das entscheiden und den Lieferanten informieren. Gut. So machen wir das. So, haben Sie die Situation verstanden? Gut, dann fangen Sie an, bitte. Einige Gäste haben sich beschwert, dass die Matratzen zu hart sind. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Da müssen wir was machen. Aber was? Wir könnten Matratzenauflagen bestellen und die den Gästen anbieten. Ja, aber die müssten wir erst bestellen. Das dauert. Wenn sich heute wieder Gäste über die harte Matratze beschweren, könnten wir diesen Gästen eine zusätzliche weiche Decke anbieten, oder? Das ist doch eine gute Lösung. Und was machen wir mit den Gästen, die sich schon beschwert haben? Sollen wir die kontaktieren? Das können wir machen. Die Kontaktdaten dieser Gäste haben wir ja im Computer. Denen sollten wir vielleicht auch noch was anbieten, oder? Damit sie auch wiederkommen. Dann können wir diese Gäste ja per E-Mail anschreiben und ihnen einen 10-Euro-Gutschein für die nächste Übernachtung bei uns schicken. Einverstanden. Das können wir aber nicht entscheiden und müssten das mit dem Management absprechen. Das können wir nicht alleine entscheiden. Richtig. Das muss eigentlich das Management entscheiden. Zuerst müssen wir es aber über das Problem informieren. Du hast recht. Das müssen wir zuerst tun. Willst du das übernehmen? Man müsste dann ja auch mit dem Lieferanten sprechen. Das kann ich gerne erledigen. Was meinst du? Was sollte man von den Lieferanten fordern? Wir hatten ja harte Matratzen bestellt. Ja, da kann man nichts fordern. Aber vielleicht kann man ein paar weiche Matratzen bestellen und beim Einchecken die Gäste fragen, ob sie lieber auf harten oder weichen Matratzen schlafen wollen. Denn sicher werden nicht nochmal für das ganze Hotel neue Matratzen angeschafft. Weiche Matratzen mag auch nicht jeder. Lass uns das doch im Team besprechen. Ja, das ist eine gute Idee. Mal sehen, ob sich auch bei den anderen schon Gäste beschwert haben. Wenn alle im Team sagen, dass das ein Problem ist, dann macht das Management auch was. Vielen Dank. Die Zeit ist um. Ihre Ergebnisse bekommen. 1. Das ist wirklich gut, dass Sie so schnell bei uns anfangen konnten. So, seid ihr mal bitte kurz leise? Ich will euch Frauke vorstellen. Frauke ist ab heute in eurer Gruppe und spielt mit euch und hilft euch bei der Vorschule. Hallo, Naida. Hier ist Ron. Ich versuche hier gerade die kaputte Heizung von Frau Mummelter zu reparieren. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass sie ein ganz altes Modell hat. Dafür brauche ich eine bestimmte Dichtung, die ich nicht dabei habe. Kannst du mal im Lager nachschauen, ob da vielleicht noch... 3. Die Gäste empfangen. Die Gruppe wollte dann noch Auskunft über verschiedene Abläufe im Hotel, aber er konnte dazu nichts sagen. Er wusste offensichtlich überhaupt nicht, wie das hier bei uns abläuft. Ja, das habe ich auch schon bei ihm gesehen. Er konnte nicht mal ein Taxi bestellen. Das geht so nicht weiter. Da müssen wir was machen. Vielleicht können wir... 4. Galina, du gehst heute bitte auch noch zu Herrn Schröter, weil Agatha krank ist. Sei beim Anreichen des Mittagessens besonders aufmerksam. Er verschluckt sich leicht. Lass dir beim Waschen von Semi helfen. Der ist heute auch in der Frühschicht. Ich möchte darüber sprechen, worauf es in einem Bewerbungsgespräch in Deutschland ankommt. Als erstes werde ich etwas über die richtige Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch erzählen. Je nachdem, in welcher Branche und für welchen Beruf man sich bewirbt, sind Vorstellungsgespräche unterschiedlich. Ja. Ähm, jetzt spreche ich über angemessene Kleidung für das Vorstellungsgespräch. Denn auch die Kleiderwahl ist davon abhängig, wo man sich bewirbt. Zum Schluss möchte ich noch über typische Fragen sprechen, die Bewerbern oft gestellt werden. Fast immer... Ich möchte darüber sprechen, worauf es in einem Bewerbungsgespräch in Deutschland ankommt. Als erstes werde ich etwas über die richtige Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch erzählen. Je nachdem, in welcher Branche und für welchen Beruf man sich bewirbt, sind Vorstellungsgespräche unterschiedlich. Einer Erzieherin werden andere Fragen gestellt als einem Kellner. Ich empfehle jedem, sich sehr gründlich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Man sollte sich zum Beispiel genau über den Betrieb informieren, bei dem man sich beworben hat. Das kann man beispielsweise, indem man sich die Webseite sehr genau ansieht. Auch den eigenen Lebenslauf und das Anschreiben durchzulesen, halte ich für wichtig. In Deutschland ist es üblich, dass man Bewerber dazu auffordert, etwas über sich zu erzählen. Diese Selbstpräsentation muss mit dem übereinstimmen, was man geschrieben hat. Deshalb sollte man hier nicht improvisieren, sondern diesen Teil vorher auch trainieren. Ja, ähm, jetzt spreche ich über angemessene Kleidung für das Vorstellungsgespräch. Denn auch die Kleiderwahl ist davon abhängig, wo man sich bewirbt. Angemessen heißt, es muss zur Branche, zum Betrieb und zur Position, aber auch zu einem selbst passen. Zum Schluss möchte ich noch über typische Fragen sprechen, die Bewerbern oft gestellt werden. Fast immer wird nach den Gründen für die Bewerbung gefragt. Man muss natürlich erklären können, warum man sich gerade bei der Firma beworben hat. Andere typische Fragen sind, wo man seine Stärken oder Schwächen sieht. Oder warum man denkt, die richtige Person für diese Stelle zu sein. Viele wollen auch wissen, wo man sich in fünf Jahren sieht oder aus welchem Grund man beim vorherigen Arbeitgeber aufhören möchte. Da gibt es... Sie haben gesagt, die Vorbereitung ist wichtig. Könnten Sie das noch einmal genauer erklären? Ja, sehr gerne. Viele Fragen in einem Vorstellungsgespräch sind vorhersehbar. Man weiß, dass man etwas über sich erzählen muss. Selbstpräsentation ist in Deutschland im Bewerbungsgespräch üblich und, ja, auch sehr wichtig. Die Firma kennt den Bewerber ja nicht und auf dem Papier sieht ein Leben anders aus. Wenn man die Selbstpräsentation gut übt und viele Informationen über die Firma gesammelt hat und deshalb weiß, worauf die Wert legen, hat man schon viel gewonnen. Könnten Sie noch einmal verdeutlichen, warum im Vorstellungsgespräch je nach Berufsfeld unterschiedliche Anforderungen an den Bewerber gestellt werden? Weil die Berufsfelder anders sind. Man hat dort unterschiedliche Ziele und Aufgaben und auch Kundinnen und Kunden. Der Arbeitgeber erwartet im Vorstellungsgespräch, dass der Bewerber sich zum Beruf und Unternehmen passend verhält und aussieht. Wenn Sie sich zum Beispiel als Kundenbetreuer in einem Fitnesscenter vorstellen, wird man von ihnen erwarten, dass sie sportlich auftreten und freundlich. Sodass man weiß, ja, der kann mit unseren Kunden gut umgehen. Anzug und Krawatte passen da nicht gut. Wenn Sie sich dagegen für eine leitende Position in einer Versicherung oder so bewerben, wird man ein anderes Auftreten und formelle Kleidung voraussetzen, weil man das auch so von den Mitarbeitern im Betrieb erwartet. Hi Isa, du siehst ja nicht gerade gut gelaunt aus. Was ist los? Ach, das Übliche. Ich mache Überstunden ohne Ende. Und dann bietet mir mein Chef einen finanziellen Ausgleich an. Ja und? Was ist daran schlecht, wenn du die zu viel gearbeitete Zeit bezahlt bekommst? Ja, aber ich wollte die Überstunden lieber abfeiern und einen Freizeitausgleich dafür haben. Das geht aber nicht, weil wir im Moment unterbesetzt sind, weil so viele Kollegen krank sind. Ach so. Ja, ich muss ja auch mal wieder ausschlafen oder einen Tag nichts tun. Jetzt habe ich nur das Geld. Sag mal, Amadeo, kennst du dich eigentlich mit den ganzen Regelungen für die Arbeit aus? Wieso? Was meinst du genau? Na, so die ganzen Regeln. Wie viel man pro Tag arbeiten darf, wie viele Überstunden man machen darf und wie es mit der Nachtarbeit ist und all das. Du meinst die Gesetze? Ja, damit kenne ich mich gut aus. Was willst du denn wissen? Wie ist es denn zum Beispiel mit den Pausen? Du hast das Recht auf mindestens 30 Minuten Pause, wenn du zwischen sechs und neun Stunden arbeitest. Wenn du neun Stunden arbeitest, darfst du 45 Minuten Pause machen. Das kann ich bei uns im Restaurant vergessen. Und wie viele Stunden darf man pro Woche maximal arbeiten? Hallo Abdullah, du gehst vormittags einkaufen. Hast du denn heute frei? Frei? Naja, wie man es nimmt. Mein Betrieb hat fast keine Aufträge mehr, sodass wir alle weniger arbeiten. Was? Das heißt doch dann auch, dass du weniger Geld bekommst? Ja, wir bekommen weniger Lohn. Wir kennen das aber schon. Wir sind alle schon länger in der Baubranche. Das ist im Winter immer so. Da wird einfach weniger gebaut. Ich bin nicht unzufrieden. Und dass wir kürzer als sonst arbeiten, ist ja auch nicht für immer. Im Frühjahr, wenn es wärmer wird, geht es wieder los. Dann holen wir das Geld wieder rein. Und bei dir? Ich arbeite in einem Krankenhaus. Da gibt es keine Chance weniger zu arbeiten. Hallo, hier ist Muriel. Ich bin im Tagungsraum und der Beamer funktioniert nicht richtig. Ein Bild ist da, aber total verschwommen. Entweder ist die Linse oder so verschmutzt oder die Hardware ist defekt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Kontaktstörung oder irgendein Defekt im Netzkabel. Der Stecker ist ganz heiß geworden, nachdem ich ihn in die Steckdose gesteckt hatte. Kann Samuel bitte mal kommen und das überprüfen? Und er soll bitte auch neue Batterien für den Laserpointer mitbringen. Die müssen ausgetauscht werden. Danke. Hallo Kollegen. Samuel hier. Danke für die Nachricht. Es gibt also wieder mal Probleme mit dem Beamer im Tagungsraum? Na, da ist bestimmt eine Birne durchgebrannt. Oder der hat irgendwo einen Wackelkontakt. Das war schon mal. Ich bin auch in der Kantine und trinke meinen Kaffee in Ruhe aus. Danach gehe ich dann direkt zu Muriel. Das heißt, ihr müsst den neuen Drucker in die Buchhaltung bringen und die Software installieren. Die warten da nämlich schon. Tschö. Hallo Samuel. Hier ist Nguyen Bu aus dem Vertrieb. Ich wollte gerade im Firmenforum eine Nachricht posten. Ihr habt ja gehört, es soll in der Kantine nur noch fleischloses Essen in Bio-Qualität geben und dafür sollen wir auch noch mehr als sonst bezahlen. Ähm, ja. Ich habe also gerade mehrmals versucht, mich einzulocken, aber es wird keine Verbindung aufgebaut. Ich kann Dateien auf dem Laufwerk ablegen und in die Cloud hochladen funktioniert auch, aber ins Forum komme ich nicht rein. Nicht, dass uns gleich noch der Server abstürzt. Ja. Guten Tag. Jansen von Unicopy hier. Wir haben heute Ihre Lieferung erhalten. Bei der Prüfung mussten wir leider feststellen, dass Sie uns 80 Gramm Papier geliefert haben. Wir hatten aber 50 Gramm Papier bestellt. Dieses benötigen wir dringend, da unsere Papierreserven fast aufgebraucht sind. Ich muss Sie daher bitten, schnellstmöglich das 50 Gramm Papier kostenfrei zu liefern. Das beanstandete Papier steht abholbereit in unserem Laden und kann dann wieder mitgenommen werden. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Nachricht per Mail oder rufen Sie mich zurück unter der Nummer... Du bist heute ja auch wieder früh da. Ja, ich versuche mindestens zweimal die Woche schon um sieben im Büro zu sein. Aha. Kannst du nicht mehr schlafen oder warum? Naja, es gibt schon Vorteile, früh anzufangen. Wenn ich richtig produktiv arbeiten will, dann geht das besser, wenn ich alleine im Büro sitze. Wir sind ja sonst zu dritt. Das verstehe ich. Ich könnte mit mehreren Leuten im Zimmer auch nicht gut arbeiten. Deine Kollegen telefonieren manchmal so laut, dass ich sie sogar noch in meinem Zimmer höre. Ich kann nachvollziehen, dass man da wirklich schnell abgelenkt ist. Sag mal, Simone, bist du auch noch da? Ist doch schon gleich 18 Uhr. Du bist ja auch noch im Büro. Ich habe heute auch erst um 10 angefangen. Wirklich? Warum? Weil ich das mache, wozu flexible Arbeitszeiten eingeführt wurden. Aber wenn du es genau wissen willst, ich musste mich um ein paar private Dinge kümmern. Manche Termine sind ja früher am Vormittag einfacher zu erledigen. Warum bist du denn noch da? Heute will ich gleich nach der Arbeit zu einem Kochkurs gehen. Der fängt um 18.45 Uhr an. Ich muss auch ehrlich sagen, so spät kann man mal ganz in Ruhe arbeiten. Ich sag ja, flexible Arbeitszeiten haben viel für sich. Da geht vieles einfach entspannter. Auf keinen Fall. Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen ja nicht gleich unbeliebt machen. Das verstehe ich. Bei mir ist es auch so, dass ich mich mit mehreren Kollegen im Büro nicht konzentrieren kann. Auf jeden Fall. Ich wäre ja blöd, wenn ich die flexiblen Arbeitszeiten nicht nutzen würde. Ich bin noch unentschlossen. Einerseits ist man sehr flexibel, andererseits braucht man manchmal Hilfe von Kollegen, die noch nicht da sind oder schon weg sind. Da bin ich mir nicht so sicher. Es kann auch sein, dass ich allein im Büro mehr Stress habe. Das ist doch toll. Dann kannst du arbeiten und dich vorher um private Dinge kümmern. Irgendetwas stimmt mit dem neuen Pizzakäse nicht. Einige Kunden haben sich schon beschwert. Kennst du das Problem? Wie wäre es, wenn wir die nächsten Tage die Gäste immer fragen, wie ihnen die Pizza geschmeckt hat? Lass uns doch lieber dem Küchenchef Bescheid sagen. Ich finde, wir sollten auch mit der Chefin über das Problem sprechen. Was denkst du? Ich finde,